Total Moshpot, der Podcast für Subkulturen und harte Musik. Warum besondere Abend für mich, da habe ich mir auch gedacht, wow, ist nicht so ganz wie sonst. Die Einleitung war ein bisschen anders als sonst, also von daher. Nee, das stimmt. Das stimmt in der Tat. Und ja, Ausnahmen bestätigen die Regel und wir wollen das auch immer so ein bisschen auflockern und nicht immer, obwohl das eigentlich so ein Trademark, man sagt ja auch irgendwie so zu Medienmachern, die haben ja immer so ein, wie nennt man das, Keyframe, Framing, Opening Frame, wie Wolle zum Beispiel, Metallurgie-Tippen. Du meinst, ja, die haben so Catchphrases. Ja, genau. Und das will auch die Community unter anderem dann so hören. Ja. Und wenn sie das nicht dann so bekommt, wie gewohnt, dann brennen die Missgabeln mit Heu obendrauf. Ja, auch wenn die Intro, die auftreten, verändern, das gibt schon, also bei Großen, nicht bei uns, aber bei Größeren, gibt's da schon manchmal dann auch Diskussionen in den Kommentarspalten. Ja, voll und ganz. Aber dazu müssen wir sagen, wir haben ja eine sehr, sehr pflegeleichte Community, die stetig wächst und größer wird und ja, die da doch in großen Teilen sehr, sehr sachlich ist, human, genauso wie wir es sind. Und genau. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also, wir sind ja eine kleine, aber trotzdem eine Community, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Auf jeden Fall. Also, vielen lieben Dank, wie immer, an euch da draußen, die uns treu die Stange halten, die für uns werben, unsere Sachen auf Instagram, Facebook oder sonstigen sozialen Netzwerken teilen. Das ist für uns nicht selbstverständlich. Es freut uns, dass unser Podcast, ja, Anklang findet, ne? Ja, definitiv. Es ist, ja, ich sag mal so, bei der Schwämme an Podcasts, die es seit Corona gibt oder auch schon davor fing es ja schon an, aber seit Corona ist es ja für mich explodiert, exponentiell nach oben gegangen. Finde ich es überhaupt cool, dass genug Leute sich jede Woche die Zeit nehmen, ja, diese ein bis zwei Stunden, die wir hier von uns sabbeln, loszuwerden. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, wo wir dann so gerade schon beim Anfang sind, Thema Einleitung, oh, ich weiß nicht, ob man das hört, hier geht wieder die Punkt 3. Ja, es ist halt so, also, ich muss immer aufpassen, hier in der Hood ist es halt gefährlich. Ähm, aber das Gute ist, Polizei ist ein Freund und Helfer, die passen, äh, auf einen hier auf und, ähm, ja, wie auch immer, ich weiß nicht, was das mit dem Thema zu tun hat, einfach nur Random Talk. Äh, genau, was hast du letzte Woche oder beziehungsweise diese Woche oder in den letzten Tagen gehört, würde mich interessieren. Gut, dass du fragst, danke. Ähm, ich hab ja Freitag wieder ein Review hochgeladen, Will, wie ich es immer tue bei Tod gehört, vielleicht nicht mehr ewig lang, da hab ich ja zu was in meinem letzten Livestream gesagt, aber, äh, ja, Last Days of Humanity war tatsächlich das Album, äh, die Band, die ich gehört hab, die haben nach 15 Jahren was Neues rausgebracht, Horrific Compositions of Decomposition, oder Decomposition, keine Ahnung, äh, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall ist das eine Grindcore-Band aus dem schönen Holland oder Niederlande, besser gesagt, wo die haben ihr erstes Album seit 2006 auf den Markt gehauen. Ich mein, dazwischen, da waren sie auch nicht, äh, faul, da gab's dann halt ganz viele Splits, so wie man das im Grindcore macht und im Gore-Grind, und ich muss sagen, ja, ich find's geil. Es war Grindcore, wie er im Buch steht, weißt du, Pitchshifter, irgendwelche Horrorfilm-Intros und ganz viele Gebäude, aber dadurch, dass die halt schon so ewig lang dabei sind, die gibt's schon seit Ende der 80er, haben die halt diesen typischen Oldschool-Touch, dieses Hardcore als Fundament, was du auch zum Beispiel bei frühen Napalm-Dev und so raushörst, und, äh, das, das ist, finde ich, das macht den Unterschied, das macht den Unterschied bei denen. Boah, das liebe ich, wenn's halt so richtig hart geknüppelt, äh, äh, ist, und dann hörst du halt so die Roots raus, boah, mega geil. Definitiv, das, deswegen, auf jeden Fall, für mich, Anwärter auf das Grindcore-Album des Jahres, mal gucken, was da noch so kommt, und was hab ich sonst noch gehört, ich hab mich mal an der The Guillotine so ein bisschen angenähert von Creator, hab jetzt noch nicht alles gehört, aber ich mein, das ist ja mehr oder weniger auch nur eine Compilation von bekannten Songs, teilweise remastered, glaube ich, äh, glaube, neu eingespielt haben sie da nix, meine ich. Nee, genau. Und, äh, ja, aber es ist mal schön, weißt du, dass es, äh, Creator gehört sicherlich zu einer meiner absoluten Lieblingsbands, und von daher ist es immer schön, mir so querfeldein so ein paar nostalgische Anleihen zu hören, muss ich sagen. Holst du dir eigentlich noch die Box, oder wenn, dann die Best-of, oder wie, wie stehst du da gegenüber dem Thema? Ich hadere noch mit mir selbst. Also ich hätte die Box schon ganz gerne, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, die ist ja schon eine Arschteuer. Ach, ja, es ist, äh, ich mein, klar, man kann jetzt nicht auf Konzerten, auf der anderen Seite gehen und so, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn ich schon Geld für Bands ausgebe, sollte ich nicht vermehrt vielleicht mal ein paar kleinere Bands unterstützen, als nur von den ganzen großen Bands irgendwas zu holen? Mhm. Ach ja, ich muss mir's noch mal überlegen, weil ich hab auch schon so viel von Creator, es ist halt, klar, ich hab's noch nicht auf Vinyl, aber es ist alles nur, wenn ich's auf Vinyl hab, weiß ich's halt nicht. Oh ja, ja, ich kann deinen Punkt sehr gut verstehen, das hatte ich bei mir auch, ähm, zumal, ja, ich wollte eigentlich immer die Erstpressung haben, war zu teuer, hab die Reissues geholt und die Reissues, da ist das Artwork halt angepasst, verändert und dachte ich mir so im Nachhinein so, boah, ist ja doch schon cool, so das Original zu haben, wie gesagt, Original, ach, zu teuer und dann kam jetzt halt die Box raus und hab ich gesagt, komm, die nimmst du dir mit, da ist noch eine DVD dabei, ein Fotobuch, ein Stick und was weiß ich nicht alles, ist farbiges Vinyl und halt ein Replika von den Originalen, das tut's auch und wenn man das halt aufmisst, so, also jetzt für mich, ne, ähm, so Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung, so 20 Euro pro Platte, sechs Platten drin sind, bist du bei 120, dann kriegst du, wie gesagt, ne, nochmal einen Stick, das Demotape und die DVD und dann bist du auch so, ja, bei 130, äh, Euro und, ähm, ja, ich hab ja meine zurückgeschickt letzte Woche, bin mal gespannt, wann die ankommt, die neue und ob überhaupt, weil nach und nach, äh, ja, melden die Stores tatsächlich ausverkauft, weil ich glaub, so viele wurden nicht produziert, so tausend oder so, glaub ich. Das ist schon rechtlich viel. Ja. Überleg was. Müsst ihr eigentlich in die Charts kommen? Die, Platz, Platz 5 sind die geschartet, tatsächlich. Echt? Echt? Wir haben auch Platz 5, ja. Ach, komm, cool. Aber ich weiß nicht, ob, ob, auch mit der Box, weil, weiß ich, da sind ja sechs Alben drin und es wird ja normalerweise ein Album. Naja, gut, ich sag mal so, wenn wir das halt, äh, als Dreingabe, ich mein, die Album-Charts richten sich tatsächlich auch danach, wie viel Geld du einnimmst mit dem Release. Genau, nach deinem Umsatz, so. Und ich glaub schon, die haben, ja, doch, Kaya, da kann hinkommen, ja, ja. Ja, weil es ist ja grad sehr teuer, dann hast du tausend Leute, die das kaufen, dann hast du ja schon eins Komma paar Millionen, das ist so, wie wenn hunderttausend Leute ein Album für zehn Euro kaufen. Das stimmt, da hast du recht, ja. Auf jeden Fall. Das war jetzt falsch gerechnet, aber ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall kann man's so sagen, der Geldbeutel von Creator, der klingelte in der letzten Woche mit 30 Jahren Alben. Genau. Ja, stimmt, Platz fünf, hier steht's, Under the Guillotine, The Noise Anthology. Mhm. Epica, Platz vier, mit Omica, Architects for those that wish to exist. Ja, dann Nino DeAngelo. Und Platz eins, Alice Cooper, Detroit Stories. Ja, für Rock und Metal eine sehr schöne, saubere Woche, würd ich sagen. Ja, genau. Der W ist auch gechartet. Gute, gute Freund, der Weidner von den Onkels. Nee, der hat wieder was weiß. Scheinbar. Ich wusste auch nicht, dass der aktuell was solo macht. Mhm. Aber ja, der ist auch in den Top Ten. Ja, okay. Krass. Also, interessant. Also, die Albumcharts in Deutschland sehen gerade sehr, sehr interessant aus. Du hast auf der Nummer zehn Bob Dylan dann noch, dann Robin Schulz, dann der Weh, wie gesagt, dann Neil Young with Crazy Horse. Oh, ja, ja. Der Bowser, der gute Rapper. Und dann halt die genannten Top Fünf. Also, das ist schon eine sehr, sehr witzige Mischung. Das Geile ist, was auffällt, du hast im Prinzip drei Bands darunter, wo ich sage, da kommt nichts Neues. Also, Alice Cooper gibt's auch schon tausend Jahre. Klar, hat ein neues Album, ist Alice Cooper so, aber es ist Alice Cooper. Was soll der Neues machen? Also, komm, da gibt's ein bisschen mehr als 50 Jahre. Also, junger Hüpfer. Soll Alice Cooper jetzt New Metal machen? Nee, ich glaube, der bleibt sich selber treu. Black Metal. True Knowing Black Metal. Ein Mann Project. True Michigan Black Metal. Geil. Ja, Creator dasselbe. Es sind alte Songs. Da ist nicht ein neuer Song drauf, neu aufgelegt. Und Neil Young ist, glaube ich, ein Live-Mitschnitt mit Crazy Horse. Dazu muss man sagen, Neil Young und Crazy Horse. Das ist das Beste, so was Neil Young je hervorgebracht hat. Da wurde ein Live-Mitschnitt veröffentlicht von, weiß ich nicht, 92, 93, 90 oder so. Und klar, das kaufen die Groupies und eigentlich nicht auch so ein Groupie. Ja, von meinem Vater halt vorgelebt. Großer Neil Young-Fan und gerade auch die Crazy Horse-Sachen. Also, auch interessant, ne? Also, du hast eigentlich drei gestandene Althelden da. Epikari, oh, wir haben jetzt jetzt nicht so das Alter, wie die genannten... Nein, Epiker sind ja noch... Sind ja eigentlich im Vergleich dazu schon die jüngere Generation, genauso wie Architects. Metal-Core, der reinballert. Was ich auch lustig finde, wenn du dir die Top Ten anguckst bei den Album-Charts, alles ist neu. Also, alles ist neu in den Top Ten. Nix davon ist irgendwie letzte Woche schon drin gewesen. Dieses so seit drei Wochen auf der Eins, seit zehn Wochen auf der Eins, das gibt's gar nicht mehr. Kannst du dich erinnern? Früher in den 90ern, da waren teilweise Sachen ewig lang auf der Eins. Ja, das gibt's nicht mehr. Ich glaub, boah, ich möchte auch gerne wissen, wie so die zweite und dritte Verkaufswoche ist von, sag ich jetzt mal, Alice Cooper. AC-DC, die sind noch relativ hoch drin. Ich glaub, unter den Top 50 oder so, obwohl das Album erst im November, also erst, also in November rausgekommen ist. Mhm. Aber ich glaub, so, ich weiß nicht, ob Architects nächste Woche noch in den Top 50 vertreten sind. Also, letzte Woche war AC-DC noch auf Platz 11. Aber diese Woche ist jetzt noch nicht mehr als die Top 5 veröffentlicht worden. Und, ja, aber wo wir beim Thema Metal-Core sind, etwas sehr, sehr Interessantes. Und zwar ist es so, ich hab ungefähr seit anderthalb Jahren, Jahren Problem, Bands, die uns anfragen, Bereich Metal-Core, das blocke ich konsequent ab, weil sich echt alles gleich anhört. Und, ähm, ohne, wie gesagt, die Bands zu diskreditieren und das, was sie machen, das sagt mir nicht zu. Wie gesagt, aufgrund der Produktion und das Ganze, wo ich sag so, boah, da ist mir halt diese Spanne, das ist jetzt wirklich neu und geil, zu wenig. Ich, klar, ich hab zwei, drei Bands eine Plattform gegeben, ne, müssen wir auch nicht drüber reden letztes Jahr, weil, wo ich sagte, okay, das hat was, das catcht mich, das ist irgendwie anders, das ist eingängiger. Ich, das ist geil so, da gibt's zum Beispiel Shells und Aries, äh, 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 als um zwei Bands zu nennen, so. Aber um den Bogen zu spannen, warum Metal-Core? Und zwar hab ich tatsächlich am Wochenende, äh, wieder Caliban gehört. Kommt dann daher, weil, äh, hier Vinylstube mach ich ja und da ist der Wanko und der Wasser von Caliban, äh, mit denen mach ich das. Und da hat er mir am Freitag zwei Platten in der Hand gedrückt. Und, ähm, dachte ich mir so, oh, geil, und die hast du natürlich direkt erst mal gehört. Ähm, muss dazu sagen, ich hab alles Mögliche von denen schon auf CD gehabt, ne, aber halt nicht auf Vinyl, weil, weiß ich nicht, ist mir noch so ein Typ doppelt gemoppelt, brauche ich das nicht, außer ich bin halt ein richtig krasser Groupie von Bands, aber mittlerweile hab ich das schon auch. Es gibt Bands, von denen du ein Groupie bist, erzähl mal ein paar Backstage-Geschichten, was geht denn da so ab zwischen dir? Oh, 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 da nehm ich wieder den Mund zu voll, also, das möchte ich jetzt nicht hier auch noch tun. Also, nennen wir es mal, du bist ein Die-Hard-Fan. Ein Die-Hard-Fan, ja, doch schon, da gibt ein paar Bands. Ja, das, weiß ich nicht, so militant würde ich das nicht mehr sagen, so wie in Jugendjahren, da hatte ich so die eine oder andere Band, oder besser gesagt nur eine Band, die habe ich dann so verfolgt und im Laufe der Zeit würde ich mich auch als jemand sagen, der das so verfolgt und, ähm, ja, Fan, ja, weiß ich nicht so, ich sag mal so, ich bin auch irgendwo selbstkritisch und ich muss nicht immer, wenn die auf Tour kommen, jede Band dann irgendwie live sehen, die ich schon tausend Mal gesehen habe, außer es ergibt sich dann irgendwie. Und deswegen bin ich so bei dem Thema Fan, ja, hm, ein bisschen zwiegespalten, aber nichtsdestotrotz blüht dann immer, sag ich mal, dieser Fan-Moment schon mal auf. Und bei Caliban ist es halt so, das ist so eine Band, wie soll ich das sagen, ähm, die habe ich die ganze Zeit immer verfolgt, weil da gibt es auch, wie gesagt, eine persönliche Geschichte, weil der Vorgänger von Marco am Bass, das ist ein Bekannter, der in einer anderen Band spielt, mit jemandem, der mich quasi so in den Hardcore reingebracht hat. Da wird auch nochmal, äh, was folgen, also es ist alles so im Prinzip so eine Familie und, ähm, ja, wie gesagt, seit 15, 16 Jahren verfolge ich halt, äh, die Band und die ganzen Alben fand ich halt immer schon interessant und mega. Und, ähm, ja, außer das letzte Album, jetzt hier Elements, was rausgekommen ist, habe ich nicht mehr angehört. Das kam im Frühjahr raus, das war so eine ziemlich stressige Zeit, als ich einen neuen Job da angefangen habe, bla, 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 wie auch immer. Und durch die Platte, äh, Gravity, die ich mega geil finde, das war auch die letzte, die ich gehört habe, ist dann so wieder diese, diese Liebe neu empfacht. Da hat mir dann so die Alben angehört, wo du dir denkst, so geil, du hast ein, hast halt ein Format, wo einer der Typen die ganzen Platten, die du feierst, quasi neben dir sitzt. Und so unterbewusst schwingt dann so mit, ach, der Typ, der ist ja in der Band drin, so. Na, weißt du, wie ich das meine? Ja. Wenn da so sitzt, der spielt eine Band, du feierst Musik, aber ich nehme das in dem Moment halt nicht wahr, dass das jetzt Marco von Carlyban ist. Oder so, oder so, boah, geil, das ist Carlyban, die, die, eine der krassen Bands, sondern so, ey, das ist ein Kollege, mit dem verstehe ich mich sehr gut, der ist genauso kaputt wie ich in Sachen Vinyl. Wir haben da ein Thema, ein Hobby und darum dreht sich halt unsere ganze Welt. Das, äh, fand ich eigentlich eine sehr, sehr interessante Ebene, das hat sich dann irgendwie so gestern so rausgestellt, wo ich mir dachte so, ach, okay. Und, ähm, ja, also wie gesagt, na, so Carlyban, Gravity, äh, lief bei mir in letzter Zeit, äh, also wie gesagt, am Wochenende. Dann, passend dazu, äh, Simple Truro, weil wir über Simple Truro gesprochen haben und ich hab hier so ein geiles Boxset, das hör ich halt rauf und runter, so die Oldschool-Sachen bis Roots und, ähm, ja, also die guten Klassiker, so irgendwie Neues ist jetzt nicht irgendwie reingekommen, außer, oh, doch eine Sache, und zwar Enforced. Die, äh, äh, habe ich gehört und zwar kommt da die Platte über Century Media raus diese Woche und ja, was machen die für eine Musik? Das geht so wie Powertrip in eine Richtung, du merkst halt so diesen Fresh-Hardcore-Crossover, wo auch Code Orange, äh, herkommen und die werden allerdings als Metal irgendwie vermarktet, mir ist das egal und die ballern. Die sind so dreckig und die haben genauso, so, 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 so eine, so eine Atmosphäre wie Powertrip, auch so eine Power, geil, die, genau, das hab ich doch so als einzigen neuen, neue Band die Woche gehört, ja. 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 Wow. Da hast du aber gut den Bogen am Ende noch bekommen. Ja. Ja, relativ Oldschool die Woche, außer, wie gesagt, Enforced als Neuling kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr sowas wie auf Code Orange, Powertrip, äh, steht, ähm, ja, so Metal-Hardcore, Crossover, wie heißt denn die, Municipal-Waste? Municipal-Waste, ja. Genau, so eine Richtung. Ja. Ja, supergeil, supergeil, da haben wir doch schon hier, äh, wie lange haben wir jetzt hier, jetzt gebraucht für den ersten Abschnitt unseres Podcasts? 15, genau. 15, da oben steht's. Ich muss mich erst an das neue Layout gewöhnen bei Zencaster, ich suche immer verzweifelt die Uhrzeit, äh, die Laufzeit, dabei steht's ja oben zentriert. Früher war das, glaub ich, immer unten rechts und, äh, ich bin jetzt total überfordert mit dem neuen Outlook. Das seht ihr nicht, weil ihr sowieso gar nichts seht bei einem Podcast, aber, ähm, unser Podcast, Podcast bekommen hat, das Layout verändert seit einem Update und ich mag das gar nicht, wenn Software ihr Outlook, äh, Outlook, äh, Layout verändert, so. Ja, das ist schon gewöhnungsbedürftig, weil jetzt haben wir auch hier so eine Webcam-Funktion, also wenn man nicht aufpasst, dann, äh, guckt der Adrian genau in meinen Schritt rein, weil die Webcam genau ein bisschen komisch platziert ist, deswegen muss ich die mal ausmachen, damit der keinen Herzinfarkt bekommt. Ach, hast du auch so eine Webcam, die im unteren Teil des Rahmens drin ist? Mhm. Ja, meine, meine eingebaute Kamera ist auch im unteren Teil des Rahmens, deswegen sieht man auch erst mal meinen Bierbauch, wenn, wenn ich die aus Versehen anhabe. Also zum Glück ist das, äh, kein Arbeitslaptop oder so, wenn man ein Firmenmeeting hat und das Ding geht an, dann sieht man da so, oh, 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 sieh an, der Herr Gau. Also, ja, der Kario, der sitzt wieder hier in, äh, in Boxershorts, ja, so, so, so. Ja, das ist echt, da muss man mehr aufpassen bei, 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 bei Firmenmeetings, ob die Kamera an oder aus ist, äh, 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 letztens irgendwie auch, es war nicht schlimm, da hatte das Meeting noch nicht richtig begonnen, aber das ist mir dann auch irgendwann eingefallen, oh, das Ding ist ja an, die Kamera, weil ich die ganze Zeit so da saß, mit dem Handy rumgespielt hab und so weiter, und da hat dich so motiviert ausgesehen, hab ich, oh, schitzig, sollte man richtig die Kamera ausmachen. Vor allem, vor allem wichtig bei Meetings, die dann auch, äh, aufgezeichnet werden, weil sonst bist du für immer irgendwie doof da abgebildet. Naja, die kommt dann irgendwo auf den Server und dann irgendwann der Praktikant in drei Jahren klickt dann da drauf, ach, Herr Wagner, was ist das denn hier? Jaja, genau, das verfolgt dann einen. Äh, so, aber wir wollen ja jetzt mal zum Thema kommen, wir werden immer so, also ich werde immer wieder von Leuten gesagt, ihr kommt ja so langsam zum Thema, deswegen hab ich gesagt, so, kommen wir heute mal ein bisschen schneller zum Thema. Ja, und wir hatten ja eigentlich uns überlegt, wir reden über was anderes. Ich hatte ja gestern im Stream gesagt, wir machen heute so etwas wie Thema Richtung Metal-Bücher oder irgendwas, Metal-Literatur, aber das, äh, wenn man so das Weltgeschehen, das ist uns zuvor gekommen und hat uns da so ein bisschen ein Thema vorne weggenommen. Äh. Und das ist, äh, die traurige Nachricht, dass der Sänger von Enttombed AD, beziehungsweise Ex-Enttombed Lars Göran Petrov im Alter von 49 Jahren leider seinem Krebsleiden erliegen ist, erliegen ist, so. Mhm. Und, äh, ja, das ist echt kacke, also ich hab's kurz, ich glaub zwölf Minuten nachdem die Meldung online war von Enttombed AD geteilt, hab ich's schon im Facebook gesehen und es ging relativ schnell viral, also unglaublich viele Leute haben das geteilt, überall war's, ich weiß nicht, wie's dir ging, wie hast du heute davon mitbekommen? Ähm, der, tatsächlich, ich hab mit, äh, Marco haben wir ein bisschen rumgeschnackt und dann sagte er mir das so, äh, weißt du, wer tot ist? Ich so, nee, ja, hier, äh, äh, LG Petrov. Ähm, äh, ne. Und dann, äh, ja, kurz online gecheckt, überall war's dann, äh, drauf, also irgendwie sowas wie, äh, Spiegel hat selbst darüber berichtet, ne, und dann natürlich die einschlägigen, ja, Zeitungen, dann dachte ich mir so, wow, krass, weil ich weiß nämlich, ähm, dass der zu vielen Leuten, die ich persönlich irgendwie kenne, eine sehr, sehr enge und auch eine sehr, sehr, ja, intime Beziehung hatte, also persönliche, Beziehung hatte und, ähm, ja, momentan ist halt auch so ein bisschen irgendwie Trauerstimmung im Pott, weil, ähm, ich hab irgendwie das Gefühl, das ist so, ja, wie soll ich das sagen, also ein sehr, sehr netter, aufrichtiger Mensch gewesen, der, ich glaub, der auch abseits der Bühne, ähm, einfach ein geiler Dude war. Ja, definitiv, also, das hab ich jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört, dass LG Petrov halt überhaupt keine Star-Allüren hatte, also, ganz so gar nicht mehr, ja, klar, im Death Metal ist das sowieso nicht so weit verbreitet, aber der ist halt immer zu den Leuten hin, der, äh, hat auch mit jedem ein Bier getrunken, eine Zigarette geraucht oder ein Foto gemacht, also, der war da, der hatte überhaupt keine Befindlichkeiten damit, der war immer auch ein Fan, würde ich sagen, der war nicht nur ein Death Metal-Musiker, der war auch immer ein Death Metal-Fan und das hat ihn, glaub ich, auch so sympathisch gemacht. Also, sowas liebe ich echt, wenn Leute selber Fans von der Szene oder von der Mucke sind und sich auch so Gedanken machen, so, ey, wir können jetzt vielleicht nicht, was weiß ich nicht, zu Sony-Music wechseln, obwohl Century Media ist ein Teil von Sony, aber, sag ich jetzt mal, irgendwelche geschäftlichen Sachen machen, die überhaupt keinen Sinn haben, so, ne, noch irgendwie den Blick vom Weiten haben. Ich sag jetzt mal Husky von S-Fix, der ist ja selber größer S-Fix-Fan selber, spielt in der Band, genauso wie bei Sodom hat der gespielt, ist aber noch nur Fan von der Mucke selber, das sind so Typen, die einfach dadurch auch mega sympathisch und bodenständig nicht nur wirken, sondern auch einfach nur sind. Ja, definitiv, definitiv. Es ist unglaublich, ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, dass das erste Mal, als ich ihn live gesehen habe, das war sogar in Essen, müsst ihr da wissen, habe ich ja auch heute auf Insta nochmal geteilt, den Live-Bericht von vor zehn Jahren, das war im Mai 2011, das war eine Zeit, so Anfang der 2010er, da war ich Student und ich habe mich geärgert, dass viele gute Sachen irgendwie nicht in der Frankfurter Gegend halt gemacht haben oder im Rhein-Main-Gebiet, sagen wir mal so. Und da habe ich mir halt gedacht, so fuck it, vor allen Dingen gerade so eine Band, die ich immer sehen wollte, war enttomt und die kam halt selten ins Rhein-Main-Gebiet, die haben halt immer eher so, ja, NRW und dann wieder ganz in den Süden, aber so Richtung Frankfurt, Darmstadt, haben sie nie Halt gemacht. Dann habe ich mir gedacht, so fuck it, dann suche ich mir halt einen Kumpel und wir fahren da hoch. Und wir sind dann auch da hochgefahren, das war unter der Woche, aber das war mir ja egal, ich war ja Student. Und, ja klar, dieser ganze Konzertabend an sich ist übrigens eine sehr witzige Geschichte, das fing damit an, dass ich halt so ein Kumpel bin und der, ja, der ist gefahren und dann sind wir halt unterwegs gewesen und so, ja, beziehungsweise bevor wir losgefahren sind, der so, ja, ich trinke erst mal ein Bier. Ich, ja, okay, ein Bier ist ja okay, trinke es mal ein Bier. Und dann so unterwegs, unterwegs, man fährt ja von, damals, wie gesagt, habe ich noch in Limburg gewohnt, Limburg bis Essen, das sind ungefähr, ja, lass mal zwei Stunden sind es, glaube ich, oder anderthalb, wenn man gut durchkommt, aber in NRW kommt man selten gut durch, wenn Berufsverkehr ist. Und dann gab es, ich glaube, das war das die Fahrt, ich meine, es war sogar diese Fahrt, weil da gab es zwischendurch sogar noch einen Hagel, gab es noch so einen Hagel und Wetter oder so ein Platzreden mit Hagel auf der Autobahn, so dass mal kurzzeitig gar nichts mehr ging auf der Autobahn. Alle sind angehalten, weil keiner was gesehen hat, aber, ich glaube, so zehn Minuten später ging es schon weiter, da habe ich mir schon gedacht, geht ja schon mal gut los der Abend. Und dann sind wir dann weiter, kurz vor Essen fragt mich schon mein Kumpel, kann ich noch ein Bier trinken? Ich so, Alter, du hast schon ein Bier getrunken, komm erst mal an. Und, ja, sind wir dann, da haben wir auch, das war das erste Mal, dass ich ein Torrock war. Das heißt, ich habe da noch irgendwie, ich glaube, zwei Meter oder 50 Meter vorm Torrock gefragt, wo es ist. Irgendwo so einer so, da, da musst du hin und ich sage so, okay, danke. Haben sogar einen guten Parkplatz gefunden, muss ich sagen. Und, ja, war für mich erst mal so cool. Also, das war noch damals die Zeit, 2011, da, weil, ich kann es dich erinnern, da gab es im Torrock noch diese Rauchervereinskarten. Oh, ja, natürlich. Der 16-Jähriger hat der, wie heißt der nochmal, der Dings, der Peter persönlich mir so ein Ding in die Hand gedrückt. Wo ich dachte, was, mit 16, damals ging das noch so, mit 16 im Club und dann noch so halt rauchen. Ich glaube, dann wurde das auch irgendwie verschärft, ja. Das war auch so die Anfangszeit mit dem Rauchverbot in Inneneinrichtungen. Genau. Und ich weiß gar nicht mehr, ich hatte es da steht in meinem Live-Review, meinem alten, wer da noch gespielt hat, ich habe es auch schon wieder vergessen. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall haben die Vorbands gespielt, ich habe so ein bisschen Bier getrunken, war ganz witzig. Und da kann ich mich daran erinnern, so mein Kumpel kam irgendwann an, hatte so ein Glas in der Hand und da war dann auch Energy drin. Und ich dann so, ist das, was ist das genau? Weil ich habe ihm nicht ganz getraut. Der so, nein, nein, das ist nur Energy, wirklich. Ja, das ist nur Energy. Nachher, schon relativ ein bisschen beschwingt, der so, ich so, ja, okay, das war Wodka Energy. Ich so, aha. Jedenfalls, ich mir so, okay, da kannst du mal sehen, was ich auf mich nehme. Ich will den Punkt sehen und fahre auch mit jemandem, der es mit den Verkehrsregeln nicht so ernst nimmt. Also, was vor allen Dingen Alkohol am Steuer nicht so ernst nimmt. Und ich dann so, okay, scheiß drauf. Dann habe ich noch, auf jeden Fall, ich war super geflasht. Ich bin noch in der ersten Reihe gewesen. Erste Reihe in Tugend im Turok, mega geil. Ein geiler Auftritt. Klar, es haben wie immer natürlich ein paar Songs gefehlt, die man gerne hören möchte und so weiter. Aber das kennst du ja hier. Kein But Life Goes On und To Write, To Shoot Straight and Speak the Truth hat auch gefehlt. Aber ich so, naja, gut. Trotzdem hier Money, hier Eye For an Eye war dabei und Left Hand Path und so. Also, im Großen und Ganzen ein cooler Auftritt. Vor allen Dingen sehr, sehr witzig. Der LG wirkte damals schon, das ist schon so wie ein bisschen so ein voller Sieben manchmal. Das lag aber auch vor allen Dingen darin, dass er halt ziemlich verschnupft war an dem Tag. Weil er ist halt ständig so ab, weißt du, er hat halt gesungen und du hast gemerkt, dem geht es halt nicht so hundertprozentig. Also ist er dann immer so, wo er halt nicht singen musste, kurz von der Bühne runter und hat sich, du konntest ihn trotzdem sehen, so auf den Barhocker neben die Bühne gesetzt. Erstmal so, so geheschen und schön die Nasenlöcher freigepustet. Gibt es ja auch Bandfotos, das hat er ja auch später noch gemacht. Gibt es ja auch Bandfotos, Konzertfotos von Festivals, wo er das macht. So richtig schön mit hoch aufgelöst in einer Spiegelreflexkamera, mitten in der Motion aufgenommen. Oh, geil, Money Shot, das ist der Money Shot. Ist mal ein bisschen eklig, aber die Bilder, die Geld bringen. Ja, ich hab's heute gesehen, ich hab's heute gesehen, wie das Bild, ich musste sofort an diese Sache denken, weil, ja, geil. Auf jeden Fall, großartiges Konzert, erste Reihe und ich hab's auch so gefeiert, dass nach dem Kick von Enttumt selber, LG hat so in die erste Reihe, es hat alle abgeklatscht und so weiter und hat ja auch noch ein paar Biere auf der Bühne stehen, hat dann so die Biere verteilt an die Leute und so angestoßen mit denen. Ich war einer davon und ich hab mir noch gedacht, so, aus dem Bier, das hat mir gegeben, hat er auch getrunken und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn jemand die ganze Zeit schon so am rumhächeln und am rumhusten oder am rumschleimen ist. Direkt Corona-Verbreiten. Ja, genau, nach heutigen, zehn Jahre später, absoluter Wahnsinn. Massenveranstaltung und dann noch sich mit jemandem, der verschnupft ist, einen Becher teilen. Heftig, oder? Ja, ganz genau. Und was hab ich gehabt? Ne Bronchitis, eine Woche später. Ne, ne. Hat ne Bronchitis. Also, wenn das ein Zufall ist, dann schlag mich tot. Also, ich glaub nicht, dass es ein Zufall war. Das Lustige war, ich durfte dann auch zwei Wochen, weiterhin zwei Wochen Penicillin nehmen. Enttomptlern. Ne, pass auf, das ging noch weiter. Der Alt hat verschrieben, Herr Wagner, damit es Ihnen besser geht, verschreibe ich Ihnen ein bisschen Penicillin und der Diskographie von Enttompt und Enttompt AD zusätzlich. Ne, gar nicht, die kam ja später. Kennst du diese Meme mit dem Arzt und dem alten Mann? Your liver is slowly slithering away. Und der so, oh, cool, sounds like death metal lyrics. You're going to die. Cannibal corpse, am I right? Ja, ja. Geil. Und, äh, ja, so in etwa. Nein. Auf jeden Fall, mein Arzt hat mir auch gesagt, so, naja, hättest du noch drei Tage später gewartet, oder wärst du jetzt drei Tage später hier aufgekreuzt, hättest du eine Lungenentzündung gehabt. Ich war auf jeden Fall kurz davor. Oh. Ja, ja. Und wie gesagt, ich muss eine Zeit lang dann Penicillin nehmen und dummerweise genau über das, so das Festival, was es bei uns in der Stadt gibt, weißt du, das, wo die ganzen so lokalen Bands spielen und so weiter, wo man halt mit all die Freunde aufkreuzen, mit denen man normalerweise einen trinkt. Das war das schlimmste Jahr, wo ich da war, weil ich ganz ernüchternd war. Es ist echt kacke, wenn alle irgendwie besoffen sind, man selbst nicht. Aber ganz ehrlich, trotz allem und trotz auch dem, dass ich am Ende meinen Freund noch nach dem Konzert ins Burger King erst geschleppt habe, du isst jetzt erstmal was, und die dann nochmal gesagt hat, wir setzen uns jetzt nochmal ins Don't Panic und du trinkst nochmal zwei Wasser, bevor wir losfahren. Also das ganze Sache hat deutlich länger gedauert, als das Konzert eigentlich, aber ja, ich bin auch gut nach Hause gekommen noch, aber... Und Heile. Oh ja, und Heile. Und war auf jeden Fall sehr, sehr witzig und ein sehr denkwürdiger Abend. Ein sehr, sehr denkwürdiger Abend, den ich auch nicht missen möchte. Ich meine, ich habe danach in Toomed auch noch auf dem Partisan gesehen, ich habe sie danach noch auch auf dem Nordopen-Air, glaube ich, gespielt, da war ich auch. In Toomed AD aber. Und, ja, aber der Kick, glaube ich, ich war echt froh, dass ich da bin, weil der Kick, den werde ich halt auch so nett vergessen, muss ich echt sagen. Wann hast du sie denn zum ersten Mal gesehen? Ähm, also Enttombt gar nicht, sondern Enttombt AD. Ich muss dazu sagen, diese ganze Death-Metal-Welle, da bin ich erst später draufgekommen. Und, ähm, ja genau, so das Nordopen-Air war so die Initialzündung zu Enttombt und besser gesagt Enttombt AD. Und, ähm, wir haben auch irgendwas mit Moshpad Passion, immer mal eine Review dazu geschrieben zu irgendeinem Live-Ding. Ich weiß nicht, ob das die normalen Enttombt waren, ich blick da auch nicht mehr ganz. Da gibt's doch dieses, äh, da gab's doch dieses Clenestine, ähm, Live, also das zweite Album, was sie sozusagen live performt haben mit Enttombt AD. Ja, genau, das war das. Mhm. Und, ähm, wie ich gesagt habe, so, dass viele Leute, die ich halt kenne, kennen halt den, ähm, den Lars persönlich, durch Touren, durch Shows, Booken und was weiß ich nicht. Und die haben immer gesagt, so, einer der nettesten Typen ist halt der Dudes. Und deswegen buchen wir den auch, weil das schon Familie ist. Ja. Und, ähm, da dachte ich mir so, wow. Und als das halt mit der Erkrankung publik wurde, dachte ich mir so, oh, 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 also wenn der von uns gehen sollte, da sind ein paar richtig im Einmal, aber so richtig, wirklich richtig, so. Und ja. Ja. Ja, der ganze Feed ist voll von Bekannten, von Freunden, von Bands, ähm, die denn halt da, äh, Abschied, äh, einen Abschied da, äh, ja, wünschen, sozusagen, wo ich schon denke, oh, ich möchte das jetzt nicht irgendwie mit was vergleichen, ne, aber es hat schon, glaube ich, weiß ich nicht, so ein bisschen aktuell den Ausmaß von Lemmy irgendwie so ein bisschen, dass da Leute sich halt melden und da eine Geschichte zu schreiben. Ähm, also persönlich kann ich mich jetzt nicht dran erinnern über einen Künstler, der in den letzten Jahren von uns gegangen ist, wo jetzt sowas wie jetzt, Entschuldigung, ähm, ja, sowas wie jetzt da verfasst wurde oder getrauert wurde. Ich würde vor allen Dingen sagen, es ist so dieses Gefühl bei vielen Leuten, gerade auch in seinem Alter, weil er ist ja noch keine 50 gewesen. Und viele Metaller, die ja in den 80ern oder in den 90ern angefangen haben, sind ja in einem ähnlichen Alter wie er. Und ich glaube, das geht dann halt auch aus dem Grund nochmal näher, wenn man sich halt auch vom Alter her sehr stark damit identifizieren kann. Und er hatte halt ja auch immer diese Attitüde, dass er einer von uns, so, wie einer von uns, weißt du, auch gerade da, glaube ich, bei den ganzen, äh, Originalen, die es im Pott gibt, ob es jetzt Thresher oder auch Death Metal Fans oder sonst was ist, das, das wirkt da halt so, als ist es halt einer von ihnen gestorben. Also, das muss man müssen, das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. Und ich glaube, der, die, die Beziehung zum Pott, ich meine, die waren ja auch in Toon Teddy vor allen Dingen, die waren ja auch bei Central Media. Und das ist ja auch, die sind ja auch beheimatet in Dortmund, also auch in Pott, also von daher gibt es ja schon auch Bezüge dazu. Genau, und Continental Concerts, also ein großer Eventveranstalter für Rock, Metal, Punk, sonstiges, ähm, ja, haben die auch gebucht oder die Leute, die Leute, die da drinstecken für ihre Festivals und Shows, das ist alles im Prinzip, alles eine große Familie, ne? Definitiv, definitiv. Ach, es ist, ähm, was soll ich sagen, es ist, es ist ein bisschen, es ist einfach scheiße. Es ist einfach kacke, dass so jemand, der auch wirklich bis zum Schluss, ich meine, man hat es ja auch gesehen, diese positive Art, ich meine, da gibt es auf Enttugend, die, wenn man auf die Facebook-Seite geht, auch immer noch Selfies, äh, nicht Selfies, aber Fotos, die er gemacht hat, auch mit Leuten, die ihn besucht haben, gerade von dieser, äh, was hätte ich gesagt, Fredagsmangel, von diesem, äh, schwedischen, äh, dieser Rock, Rock-Metal-Location, diesem Metal-Pub, der ja auch dieses T-Shirt gemacht hat, was ich in einem meiner Videos vorgestellt habe, wo ja sozusagen für ihn gesammelt wurde, und, äh, ja, das ist, es ist einfach cool zu sehen, ja, da, da gibt es auch immer Videobotschaften, dann auch nochmal vom Krankenbett und so weiter, äh, gezeigt und so, er ging einfach sehr, sehr positiv damit um und hat sich nicht unterkriegen lassen, und das ist, ich finde es besonders bitter für Leute, dass sie, wenn sie jetzt sterben, weil du gerade auf deinen letzten Metern eigentlich nur so wenig Kontakt oder nur so begrenzt Kontakt mit Menschen haben kannst. Voll. Das ist sehr, sehr, ja, heftig. Deprimierend. Und dann gerade, wenn du so einen Schmist hörst, wie, ja, seltene Krebsform, diese Krebsform ist unheilbar, dann denkst du dir so, ey, ist das euer Ernst, so, warum gibt es sowas und warum ist sowas nicht heilbar? Ach. Ja. Ja, gut, das ist, äh, na, darüber kann man jetzt viel philosophieren, ich meine, ist, ist, dass, dass, so Krankheiten und auch, hier, man merkt ja auch in Corona, dass, das, das, das sucht sich ja nicht die aus, die sich besonders blöd verhalten haben, gerade bei Corona merkt man ja, dass die Leute oftmals noch, äh, gar nicht schwer erkranken, die es leugnen oder die damit, die sich drüber lustig machen oder sonst irgendwas, Donald Trump ist das beste Beispiel, hat Corona und, äh, hat auch noch einen schwachen Verlauf und dann, ich wünsche keinem was Schlechtes, aber es zeigt ja sozusagen, dass Krankheiten jetzt nicht so danach schauen, so, wer hat das schlechtere Karma, muss man so sagen. Ähm, das ist deswegen, es ist, es ist ultra schade, was da passiert ist, es, äh, mir tut es auch für alle Leute leid, die ihm wirklich nahe standen und ich hab das Gefühl, es standen ihm verdammt viele Leute nahe, er hatte sehr, sehr viele Freunde, auch gerade unter Musikern, es wurden jetzt schon, ich glaube in den letzten, was ist das, letzten zehn Stunden seitdem das, oder neun Stunden seitdem das bekannt ist, wo wir es aufnehmen, schon so viele Bands irgendwie auch gekommen, so Dismember oder so, logischerweise, Dismember Graves und so, so Bands, die ja so mit enttumt, aber sozusagen groß geworden sind, auch an Licht, an Licht, da gibt es auch ganz enge Verbindungen, ähm, sag ich auch gleich nochmal was zu, die ja, ja, also zusammen groß geworden sind und da merkt man halt einfach, dass das eine ganz, so dieses schwedische Death Metal ja auch eine große Familie ist. Äh, vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu, wie das eigentlich alles angefangen hat, weil, äh, bei Elgi Petrov. No. Elgi Petrov, äh, ist geboren worden am 17. Februar 1972, das heißt, er wurde auch erst vor nicht mal einem Monat, 49, der Geburtstag, der durfte noch feiern, ähm, ja, ist der Sohn, also halb Schwede, halb Jugoslave, kann man sagen, seine Mutter kommt aus Nordmazedonien, muss man jetzt auch sagen, heißt ja nicht mehr Mazedonien, heißt ja Nordmazedonien, und, äh, ja, das ist, bekannt geworden ist er natürlich vor allen Dingen dann später durch den Punkt, aber er hat, und das wissen vielleicht viele gar nicht, er hat anfangs ja auch bei der Band Morbid Schlagzeug gespielt. Jetzt werden sich natürlich viele Leute fragen, wer ist denn bitte Morbid? Und wenn man jetzt mal guckt, wer bei Morbid, das war übrigens so eine kleine Death Metal Band, Mitte der 80er, 85 bis 88 hat die nur existiert, und wenn man sich jetzt fragt, ja, wer hat denn da eigentlich alles mitgespielt? Das bekannteste Mitglied dürfte ein gewisser Per Ingwer-Olin gewesen sein, der da auch bis 87 gesungen ist, gesungen hat, um dann nach Norwegen auszuwandern, um Sänger von Mayhem zu werden, unter dem Namen Death. Ach. Ganz genau. Die haben, äh, ich weiß gar nicht, ob sich das so richtig überstitten hat, weil, äh, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab jetzt gar nicht hier so wirklich die, äh, ich hab mir jetzt gar nicht so richtig rausgesucht, wann der, also wann, wann, welchen Zeitraum der genau dort war, bei der LG Petrov, bei, bei Morbid, ist ja jetzt auch nicht alles so super dokumentiert, bei so frühen Bands, aber, ja, auf jeden Fall ein witziges, witziges Side-Note, dass, äh, dass es da Verbindungen gibt zwischen der norwegischen Black-Metal-Szene und der schwedigen Death-Metal-Szene. Äh, auf jeden Fall hat er selbst, äh, gut, nachdem das dann zu Ende war, 88, da war der auch gerade 16, hat er sich ja schon angefacht, weiter Death-Metals oder den Death-Metal weiter, ich glaub, das Begriff Death-Metal gab's damals noch gar nicht so richtig abgegrenzt, äh, einfach Thresh-Metal oder Speed-Metal oder wie auch immer man's damals genannt hat, oder Frextreme-Metal. Und er hat sich ja dann angeschickt, äh, mit, mit den anderen Leuten, die ja später dann auch in Toon gegründet haben, äh, Nier-Liste erst mal vorher zu gründen. Hm, ja, doch stimmt. Ja, genau. Kennen vielleicht auch viele vor allen Dingen von, äh, Re-Issues der ersten Demos, das ist halt so ein bisschen, ja, man kann, ich will jetzt nicht sagen, es ist so wie Hellhammer zu Celtic Frost, hat andere Gründe, warum die sich umbenannt haben, oder wie halt Treblinker zu Tiamat oder so etwas, also es ist halt so diese Frühformen, die noch meistens andere Namen hatten als die späteren Ausgeburten, und das ist ganz witzig, warum haben sich Nier-Liste in Entumpt umbenannt, weißt du das? Ich weiß es, ja. Soll ich's sagen? Du darfst es gerne sagen. Es ist die legendärste, wie soll ich das sagen, Band-Rausschmiss-Erfähre, ich glaub, ob es diese wohl in der Geschichte des Metals gibt, und zwar, ich weiß nicht genau, welcher in der Band das ist, auf jeden Fall hat die Band gesagt, hört mal zu, es gibt ja jemanden innerhalb der Band, auf den haben wir nicht so wirklich Bock, wir wollen aber auch nicht rausschmeißen oder verletzen, wir machen das so, wir lösen uns ganz einfach auf. Haben das mitgeteilt, ja, hör mal zu, wir lösen uns hier auf, und haben sich dann ein paar Wochen später neu gegründet unter Entumpt, haben dann auch wohl eine Show gespielt, und ist der, den sie rausgeworfen haben, quasi zu einer Show zu Entumpt hingegangen, und gedacht so, ach, guck mal an, das sind ja alle meine ehemaligen Freunde, nur ohne mich, die da oben auf der Bühne stehen. Ganz genau, und aus diesem jungen Mann, der schon damals relativ kräftig war, und von dem sie auch ein bisschen Schiss hatten, weil er älter war als die anderen, und ihm deswegen nicht sagen wollten, dein ganzes wickiger Gedöns geht uns so ein bisschen auf den Sack, war niemand anderes als Johnny Hetlund, und der hat dann an Licht gegründet. Wahnsinn. Ja, es ist witzig, also ich finde gerade, es macht so viel Spaß, diese frühen Band-Geschichten zu hören aus der Metal-Szene, weil, ich meine, klar, Metallica, Megadev ist so eine Geschichte, wo halt so enge Verbindungen da sind, wo dann irgendjemand rausgeworfen wird und sagt, da mache ich halt mein eigenes Ding und das wird auch erfolgreich, das ist, ich finde das schon sehr, sehr spannend. Ich meine, es hat ja dann aber auch lange gehalten, Entumpt, aber da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen, es gab ja dann nochmal auch, ja, mit LG und den anderen Entumpt-Mitgliedern auch einiges an Knatsch, aber da wollen wir ja natürlich noch nicht vorgreifen. Vorher stehen ja erstmal noch auf jeden Fall echte Göttergaben des Death-Metals. Wenn der Adrian das sagt, liebe Zuhörer, dann sind es wirklich und wahrhaftig Perlen, kann ich euch nur vorweg sagen, und das kommt nicht oft vor hier, also haltet euch fest. Ja, also abseits von der Demo, die Bad Life Goes On, die da kam, muss man ja eigentlich nicht drüber reden. Also jeder, der irgendwie zweimal irgendwie was über E-Rake-Records gelesen hatte, kennt die Left-Hand-Buff, weil E-Rake, ich glaube, die zehren einfach davon, was sie vor 30 Jahren rausgebracht haben. Die hatten einfach Glück, an dem richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, da haben wir ja die ganzen großen Sachen rausgebracht von Morbid Angel, von D-Side, von Napam Death und eben auch von Enttombed. Und The Left-Hand-Path, das 1990 am 4. Juni erschienen ist, das ist auch schon über 30 Jahre alt, wie gesagt, gehört sicherlich unbestritten zu den wichtigsten Albumen, nicht nur das Swedish Death-Metal, sondern das Death-Metal überhaupt. Ich glaube, es war, weißt du, jemand von Sonic Youth, der mal gesagt hat, dass Death-Metal nur an zwei Orten in der Welt gemacht wird, in Florida, wo es arschheiß ist und in Schweden, wo es arschkalt ist. Auch nicht schlecht. Ja gut, Anfang der 90er hat das noch gestimmt, ich meine, inzwischen ist ja Death-Metal so ein internationales Ding. Aber wenn man Left-Hand-Path hört, ich sag mal so, selbst wenn ihr nur die letzten 10 Jahre, nur wenn man die letzten 10 Jahre Oldschool-Death-Metal gehört hat und die ganzen Bands, die daraus entstand sind, ist es jetzt Deserted Fear, ist es jetzt Skeletal Remains, Morphine, Raffle & Flash, Raffle & Flash vor allen Dingen, weil Raffle & Flash ist ja auch ein Song von Enttombed, dann weiß man, ah, okay, wenn man den Left-Hand-Path dann hört, dann weiß man, da kommt's her. Weil Left-Hand-Path ist wirklich so für viele so die Initialzündung gewesen, das, was sozusagen Swedish Death-Metal auch im Klang definiert hat mit. Klar, auch Dismember, Like an Everflowing Stream, Grave oder auch Unleashed, alle möglichen Bands natürlich auch, die haben alle diesen HM2, dieses Pedal, HM2, Heavy Metal 2, was sozusagen auf Anschlag gedreht wurde und dann diese typische Zerre hat, diesen typischen Oldschool-Death-Metal-Sound, diesen schwedischen, diesen etwas angepankten, angekrusteten Sound hat, das, ähm, ja, das haben eigentlich enttomt wirklich, da haben die Blaupause für wirklich, was muss man wirklich sagen, Left-Hand-Path, Drowned, But Life Goes On, großartig, Abnormally Deceased, also es ist einfach der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, was die da wirklich, äh, hingezaubert haben und bis heute nutzen Bands dieses Album und machen ihre eigene Musik, also ihre, also gründen eigene Bands da drauf, schreiben eigene Alben da drauf, basierend. Und manchmal wäre es mir auch lieber, wenn es nicht ganz so viele wären, gerade mit in der 2000er, als ich bei Todgert ja so gefühlt mit Oldschool-Death-Metal überschüttet wurde, was ich auch ziemlich cool finde, weil ich mag Oldschool-Death-Metal echt gerne. Aber irgendwann, muss ich sagen, wurde es dann doch ein bisschen viel, wo ich mir gedacht habe, so, jede zweite Band macht gefühlt irgendwie The Left-Hand-Path, äh, legt es neu auf, nimmt es neu auf. Die andere Hälfte orientiert sich an, keine Ahnung, was, Leprosy for Death oder For Anorbiturary. Ja, war schon ein bisschen einfühlig. Ja, das stimmt. Aber, ähm, nichtsdestotrotz, das ist, ich muss man auch, das muss man ja auch klar sagen, also Enttombed waren im Gegensatz zu anderen Death-Metal-Bands oder auch gerade denen, die sozusagen Enttombedein als Vor-, äh, als Blaupause genommen haben, gar nicht mal so stehen geblieben. Also, die haben nicht gesagt, wir wollen jetzt, wir haben das jetzt erschaffen und das spielen wir, diesen Stiefel spielen wir jetzt hier über den nächsten Jahrzehnten durch. Mhm. Ich meine, äh, Clandestine, was ja dann ein Jahr später kam, das ging ja auch nochmal in die Richtung und für viele ist es auch das bessere, äh, Oldschool Death-Metal-Album als The Left-Hand-Path, wobei man natürlich sagen muss, du kannst halt, wie soll ich mal sagen, du kannst halt auch ein Rad nur einmal neu erfinden, oder? Ja, klar. Also, wenn du die, äh, wenn du die, äh, wenn du Schwedisch ein Oldschool Death-Metal definiert hast, dann hast du ihn definiert, dann ist der Impact beim ersten Mal der größte und was danach kommt, ist halt schon gelernt, sagen wir mal so. Also, das ist, selbst wenn es, selbst wenn es technisch gesehen besser ist. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es aber auch, wie du gesagt hast, also das ist interessant, weil ich hab dir am Anfang gesagt, dass ich so mein Problem genauso mit dem Bereich so Metalcore genau das Gleiche irgendwie habe, so. Du hörst halt so ein Album, du hörst die ersten Bands und denkst so, wow, okay, hier geht was. Und dann kommen halt ganz viele nach, wo du denkst so, ah, okay, aber, aber das gibt's doch schon und, und, das hattest du doch schon und, ah, nee, dann möchte ich doch lieber so dann das Wahre, möchte ich mir dann doch dann eher, äh, anhören, anstatt halt die Kopie von der Kopie, von der Kopie. Ja, das ist auch übrigens ein sehr schönes, ähm, ein sehr schönes Bild hat auch, ich weiß gar nicht, wie er es gesagt hat, übrigens, wenn ihr euch über Enttumpt und über die ganze Szene Anfang der 90er in Schweden informieren wollt, lest Swedish Death Metal, das Buch. Das Buch Swedish Death Metal ist großartig, ähm, gibt's auch eine Compilation dazu, die ich auch hab, perfekt, die kann man perfekt nebenbei hören, ist sehr, sehr schön aufgemacht und man lernt so viele Anekdoten, es gibt einen richtigen Alma nach über gefühlt jede schwedische Oldschool Death Metal Band, die es, äh, seit 1990 gegeben hat, oder seit 1985, keine Ahnung, werden auch die ganzen Vorreiter erklärt, das ist mega, mega fett und, äh, eigentlich der perfekte Einstieg für jeden, den das interessiert, dass das übrigens, dass das Wort übrigens Death Metal und so weiter, dass das alles noch nicht so ganz, äh, definiert war, merkt man übrigens auch da dran, wenn du jetzt mal bei Metal Archives guckst, direkt nach Clandestine kommt, äh, ein Sampler, wo sie drauf waren, enttumpt, von Rockhart. Rockhart Presents Gods of Grind. Okay. Und da ist dann, gut, da sind halt E-Rake-Bands drauf, das ist halt, äh, neben Enttumpt ist da noch Carcass drauf, Cathedral und Confessor. Also, das, also, so, ähm, wie soll ich sagen, so ein Schubladen-Nazitum, das gab's damals, glaub ich, auch noch gar nicht so, was den Extremmetteln angeht, da war das oft mal so, keine Ahnung, Grindcore, Death Metal. Also, auch teilweise vor, bevor Mayhem und Bursum und so weiter kamen, war auch Black Metal ja noch so ein Begriff, den man auch Running Wild anhängen konnte. Ja, das stimmt. Die haben ja, äh, auch gerade zu den Anfangstagen einen ähnlichen Sound gehabt. Ganz genau. Und das ist halt super spannend und was, was ich jetzt sagen wollte, ich meine, jetzt hab ich einen ganz, 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 ganz großen Bogen gespannt, worauf ich hinaus will, ist das 93er-Album, The Wolverine Blues. Oh, ja. Kann ich nochmal kurz was dazwischen schieben, weil das bietet sich nämlich gerade an, äh, wo du nämlich hier von, äh, Left Hand Path gesprochen hast. Welches Album sollte man eher in der Sammlung haben? Also, sollte man Entombed, Left Hand Path haben? Oder sollte man was, ein anderes, sagen wir mal, Oldschool-Death-Metal-Album haben? Sowas wie von Massacre, oder Massacre, wie die heißen, dieses From Beyond. Massacre, ja. Massacre gibt's noch, glaub ich, ne andere Band, die so heißt. Aber, äh, ja, das ist schwer zu sagen. Cam Lee gilt ja auch, also Massacre, Cam Lee, der damals für From Beyond die Sachen gemacht hat. Übrigens, Cam Lee auch ein riesiger Godzilla-Fan. Muss ich an Gorminister denken. Grüße gehen raus. Also, Gorminister, wenn du das hörst, äh, funk mal Cam Lee auf, äh, auf Facebook an und macht mal was zusammen über Godzilla. Also, die beiden Stimmen des Extremmetals zusammen, das wär voll cool. Ähm, so, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau, ich wollte deine Frage beantworten. Was würde ich sagen? Es kommt halt wirklich ganz drauf an. Also, wenn du jemand bist, der sagt, europäischer Death Metal, ist mein, ist das der Scheiß für mich. Dann würde ich sagen, enttompt. Wenn du aber jemand bist, der halt, keine Ahnung was, sagt dir, ich möchte jetzt wirklich nur, äh, den amerikanischen Stiefel fahren, weil der ist schon anders. Florida Death Metal ist schon anders als Death Metal aus Schweden. Mhm. Dann ist natürlich klar, dann ist halt eher sowas wie Death, Leprosy oder auch Cannibal Corpse eaten back to life. Also, es kommt immer auch so ein bisschen auf die Richtung an, wo du hingehen willst, weil der schwedische Death Metal und auch generell der europäische Death Metal, genauso auch der holländische, der deutsche oder der englische, der englische, der englische, glaube ich, sogar das beste Beispiel hier, so Benediktion, Bowthrower, Paradise Lost in den ersten Alben, ist ja sehr stark auf dem Grindcore beeinflusst oder auf dem Crustcore. Das hast du in dem amerikanischen Death Metal gar nicht so stark. Mhm. Der amerikanische Death Metal ist, äh, hat andere Einflüsse, sagen wir mal so. Klar, da gibt's auch welche, die aus dem Punkrock kamen oder auch aus dem, falligen wir, dieser pure, pure Death Metal-Spirit, der etwas unverfälschter ist, den hast du sicherlich in, äh, in Florida, aber, äh, das heißt schon, das heißt schon pur, ne? Also, ich finde, so Punk und Crust und Grind, so ein bisschen gehört's halt auch zum Death Metal dazu. Das sind halt auch einfach so die, die Ursuppe, aus der hervorgetreten ist. Woran wir beim Thema sind, ähm, ich schau mal gerade parallel auf Discogs, wie eigentlich, äh, die Platten gehandelt werden, weil die immer, wenn jemand stirbt oder sich auflöst, genau, äh, wie, äh, äh, das war es letzte Woche, Death Punk, dann schießen die Platten einfach nur ins Unerlässliche, einfach hoch und, ähm, ja, schauen wir mal hier, bei Enttombed, dann kam die letzte raus, 20, oh, sogar dieses Jahr, 2021 von E-Rake Records, ja, schon nochmal schön auf den Tod, an den bevorstehenden Tod nochmal einen ab, nimm das ab, rip, rip offen, jerk off, jerk off, ähm, hm, also blaues Vinyl, Enttombed, auf 300 Stück limitiert, gibt es noch, äh, bei E-Rake Records, und zwar die, äh, Left Hand Path, hm, noch regulär zu kaufen, irgendwann auch, äh, für einen überteuerten Preis auf Discogs, oder Discogs-Ox, ja. So, soll ich noch mal kurz weitermachen mit Wolverine Blues, oder hast du noch was, was du, was du noch sagen möchtest? Nee, 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 genau, Wolverine Blues. Genau, Wolverine Blues, wollte ich sagen, sieht man schon am Artwork, am Cover, am Schriftzug, dass da ein ganz anderer, äh, Stiefel gefahren wird. Mhm. Das hat halt eher so, ja, der Schriftzug hat sich halt weg von diesem typischen Oldschool-Death-Metal-Schriftzug hin, so, so, ja, so einem B-Movie, und, ja, also, es sieht generell ganz anders aus, du hast auch nicht mehr so dieses, äh, Dan Seagrave-artige Cover-Artwork, sondern eher so, ja, wie soll man sagen, ist das Fotokunst oder so, die da eingesetzt wurde. Es ist auf jeden Fall schon sehr, sehr interessant, und wer auch dieses, ich glaub, das war das allererste Musikvideo, was ich auch gesehen hatte von Enttomb, war dieses, ähm, war ja, Wolverine Blues, also das mit Wolverine aus X-Men, das ist mir direkt so aus, äh, so ins Auge gestochen, ich glaub, ich weiß nicht, wo es in der Metal-Kneipe war, wo es lief, also, ich hab's irgendwo mal gesehen, kann auch auf FIFA Plus oder sonst was gewesen sein, hab ich mir gedacht so, okay, das ist schon ziemlich hartes Zeug, und was macht denn da dieser Wolverine aus, aus Marvel, haben sie überhaupt die Rechte dafür? Ich weiß bis heute nicht, ob sie die Rechte dafür hatten oder ob sie es einfach gemacht haben. Ist auf jeden Fall, was aber halt echt auffällt bei Wolverine Blues ist, ist, Wolverine Blues hat halt komplett gebrochen mit den beiden Vorgänger-Alben. Nämlich, da haben sie halt komplett gesagt, so, scheiß auf alles, wir lassen jetzt, wir machen, was wir wollen, und haben halt ohne Ende, äh, wie soll ich sagen, ein Groove reingelassen, ein Groove-Metal. Das, was halt später ja auch so hier, ähm, von anderen Bands halt vor allen Dingen gefahren wurde, äh, ja, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, Soulfly, aber, du weißt, in welche Richtung das gehen soll, vielleicht so ein bisschen Devil Driver oder, äh, ja, so, genau so, diese Machine Head, so diese Richtung, die es dann später wurde. Das ist jetzt nicht genau das Gleiche, will ich jetzt nicht vergleichen, aber die haben, äh, die sind deutlich vom Death-Metal weggegangen, also vom ursprünglichen Death-Metal-Sound und haben das halt mit anderen Sachen gemischt. Das ist natürlich immer so eine Gratwanderung, weil viele sagen dann in der Szene, boah, das ist aber kacke. Dabei ist es gar nicht so ungewöhnlich. Viele Leute, die halt zu den frühen Death-Metal-Acts gezählt haben, haben ihren Stil ja dann komplett sogar noch weiter, noch viel, viel krasser verändert. Ich mein, äh, Paradise Lost hab ich schon eben genannt, die sind ja irgendwann komplett in diese Gothic-Metal-Richtung oder auch, äh, Doom-Metal-Richtung abgetrifftet, teilweise sogar sehr, sehr poppig Richtung, äh, Deepish-Mode mit dem Host-Album. Mhm. Dann hatten wir Death, die wurden ja praktisch zu einer Progressive-Metal-Band. Wir haben Tiamat, die, keine Ahnung, was Tiamat machen, aber ich glaub, das könnte man im weitesten Sinne unter Sympheonic-Progressive, sonst irgendwas, Epic-Metal zusammenfassen. Mhm. Firion auch, das ist auch, glaub ich, eher Orchester als Metal heutzutage. Also, es gibt so viele, die gesagt haben, so, der Stil, der, ja, der gibt nicht mehr viel her. Wir, wir gehen so von diesem Oldschool-Death-Metal weg und machen jetzt mal was ganz anderes. Das war also, in Doom war nicht alleine, würde ich damit sagen, die das damals gemacht haben. Mhm. Äh, dabei sind sie allerdings nicht, haben sie sich noch nicht mal so krass weg, äh, wegbewegt wie alle anderen. Ähm, deswegen wurde ihr Stil ja dann auch eher als, äh, Death'n Roller, bezeichnet. Das ist ja übrigens auch eine sehr interessante Sache. Das ist, ich würd noch nicht mal so weit gehen, dass es bei Wolverine Blues schon Death'n Roll war, aber es war auf jeden Fall deutlich auf dem Weg dorthin. Mhm. Death'n Roll, äh, ist auch so, ist auch so, 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 so eine Musikrichtung, die, find ich, ein ziemliches Schattendasein führt. Wenn ich an Death'n Roll denke, dann denk ich, klar, erstens an Enttombed. Mhm. Und dann wird's schon dünn, ne? Ist so. Also, da wird's sehr, sehr dünn. Also, ich weiß auch nicht. Also, es gibt einige Sachen von Debauchery. Debauchery, ja. Ja, wobei das eigentlich eher ist Death Metal und Rock'n Roll, äh, nur nicht halt sehr harmonisch zusammengefügt. Mhm. Das, äh, wirkt halt einfach sehr krass so ineinander gesteckt. Ja, machen das, find ich, haben das Six Feet Under so um die 2000er rum schon, äh, eleganter gelöst. Also, da, fand ich, hat dieses Rock'n Roll-Thema oder dieses Hardrock'n'Roll-Thema mit dem Death Metal-Aufsatz schon besser gepasst. Wobei ich auch finde, dass in den letzten Jahren auch nichts, also, eigentlich ist auch seit, äh, 15 Jahren oder, ja, sagen wir mal, seit über 10 Jahren nichts Gutes mehr über der Six Feet Under passiert. Ja, das ist das, das ist das Traurige und, pfff, das aktuelle Album, ich weiß nicht. Ich hab's ein, zwei gesehen, die halt sagen so, boah, das ist geil. Wo ich mir dachte so, äh, 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 äh. Chris Warnsen, seine Frau, oder was? Hahaha. Und der Manager. Und der Manager, und das Plattenlevel. Aber ich, also, das, äh, so Freunde, das, das, das Ding ist ein richtiges Eigen, was heißt Eigentor nicht, aber das kannst du niemanden normalerweise verkaufen, ey. Das ist eine Demo, wo die gesagt haben, ey, können wir nicht mehr hier irgendwie, nicht mehr Studiokosten bezahlen durch Corona, hau raus, bisschen drüber polieren, bisschen, paar Effekte drauf. Ja. Fertig ist. Ja, definitiv. Ich meine, es ist ja auch, ähm, aber um mal kurz auf Intum zurückzukommen, ich finde halt auch besonders interessant, du musst ja auch bedenken, wer, ich weiß nicht, war, wie lang war er denn, das muss ich gerade mal nachgucken, wie lang war er denn bei, äh, Intumt überhaupt gewesen, bevor ich jetzt irgendeinen Quatsch erzähle, gucke ich das lieber nochmal nach, äh, genau, Nick Anderson, der war ja, ähm, auch bis 97 bei Intumt, ist übrigens seit 2016 auch wieder mit dabei, das vergessen auch viele, also seitdem auch LG wieder, äh, seitdem LG raus war, war der auch wieder mit dabei, also fast, hat sich, nee, nicht ganz überschnitten, aber fast, äh, Nick Anderson kennt man ja vor allem von den Helikopters. Ja, genau, auch super geile Band, also ist es eine Rockband, ne? Ja, genau, ist es eine spätische Rockband, ja. Mhm. Das zeigt halt auch einfach diese, wie breit gefächert sie sind, ne? Mhm. Und das, das finde ich halt einfach das Spannende und da siehst du halt auch, wenn du so einen Drummer hast, der halt auch einfach mit die erfolgreichste Hardrockband des Landes aus dem Boden stapfen kann, wenn er will, dann, äh, weißt du halt schon, dass, wenn, wenn sie, wenn sie das Rockthema machen wollen und in den Def mit einbringen wollen, dass das schon Leute sind, die halt auch wissen, wie man's macht. Mhm. Und dann, finde ich, sie haben das ja in den nächsten Alben auch, also gerade Ende der 90er schon fast schon perfektioniert, gerade so To Write, To Shoot Straight and Speak the Truth, ist auch ein Hammeralbum, also da, da finde ich, da fängt's halt, da kann man wirklich sagen, das ist Devin' Roll, also da sind sie wirklich voll im Devin' Roll angekommen. Wenn du's dir schon anguckst, das sieht halt einfach aus eher wie ein Filmplakat. Und, äh, es hat, es geht halt komplett weg, es bricht halt komplett mit allem, was Death Metal ausmacht. Es gibt genug Leute und auch genug Leute aus dem Enttumd-Umfeld oder auch andere Death Metal-Musiker, die immer gesagt haben, ist mir scheinbar egal, was die Leute Mitte der 90er oder Anfang der 2000er über Enttumd gesagt haben, für mich ist das Death Metal. Mhm. Gut. Trey Reznor, äh, oder Trey Azeroth von, ähm, was David Vincent, auf jeden Fall einer von Morbid Angel, oder Ex-Morbid Angel, hatte gemeint auch, dass Slipknot für ihn Death Metal sind. Ja, das, ja, ja, hm, hm, schwierig, die haben sehr, sehr viele Einflüsse, aber, hm, hm. Das ist, das Thema ist, glaube ich, dass, dass, dass der Begriff Death Metal von, äh, den Leuten, die es hören oder auch gehört haben oder sammeln, sehr viel puristischer interpretiert wird, als von denen, die sie machen. Mhm. Ich glaube auch. Und da kann, da nehme ich mich natürlich selbst nicht raus, also, ähm, zu viel Experimentierfreundlichkeit ist auch nicht immer gut. Manchmal, bei manchen Bands denke ich mir so, lerne erst mal ein Genre, bevor du versuchst, zehn zu vermischen. Ja, ist echt so. Aber bei, äh, bei, ich glaube, ich weiß auch gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber in, ähm, in Swedish Death Metal, in dem Buch, gibt es einen sehr schönen Satz, wo jemand sagt, wenn wir so oldschool gewesen wären, wie die Metaller teilweise heute sind, dann hätten wir eigentlich nur stumpf das gemacht, was Black Sabbath und Led Zeppelin gemacht hätten. Stimmt, ja. Gute, gute Aussage, also Chapeau, da ist was drin. Ja, eben. Also, irgendwann musste ja auch, Death Metal galt ja auch als Krach für Kinder, galt auch als kindisch. Die ersten Death Metal Releases oder die ersten Death Metal Sachen wurden teilweise komplett zerrissen von den Magazinen und von alten Metallern auch mit Kopfschütteln gefolgt. Ja, ist klar, das ging ja schon bei, äh, Possessed irgendwo los. Mhm. Ja, ich weiß nicht, Hellhammer oder Celtic Frost ziehe ich jetzt nicht so unbedingt da rein, obwohl das irgendwie schon so eine Sound, ein Soundkosmos irgendwo ist, aber, ähm, ja, Hellhammer ist das Paradebeispiel, ne, also, um bei dem Thema zu bleiben, wie das verpönt, äh, das ist, und zwar habe ich noch die Tage bei dem, bei dem Krieger persönlich auf Facebook geschaut, äh, äh, da hat irgendjemand so so ein Rockhard-Artikel gepostet von der Hellhammer-Demo und die haben das komplett auseinandergenommen. Also, die haben das erst geschrieben so richtig gut, einzigartig und dann so einzigartig Kacke, so nach dem Motto, wo ich mir dachte, uff, dann haben die sich voll drüber ausgelassen. Und da findest du, glaube ich, so jeder prägenden Band findest du genauso eine Review und 30 Jahre später küssen genannte Magazine von den Leuten einfach so den Hintern. Obwohl, ist natürlich was anderes, ne, muss man dazu sagen, weil, äh, der Absender ist natürlich die Zeitung, was nicht bedeutet, der das Review geschrieben hat, der arbeitet da noch oder der hat jetzt vielleicht seine Meinung geändert, man weiß es halt nicht, aber, ja. Ja, ich sag mal so, das ist halt auch irre schwer, also, als Musikjournalist oder als Schreiber da immer den nächsten heißen Scheiß rauszupicken, ist ja auch nicht so einfach. Mhm. Beziehungsweise oftmals ist es ja eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil halt einfach Labels irgendwo hingehen und alles zugleisten mit der Band, halt ordentlich, früher halt ordentlich Airtime gekauft haben im Radio oder auch MTV halt dazu gebracht haben, das Video häufig zu spielen und halt die Magazine damit totgeworfen haben, hier, hier, Album rezensieren und Anzeige da und da. Das war ja früher ein ganz anderer Mechanismus, deswegen wurden Stars ja schon auch ein bisschen ein Stück weit von den Medien mitgemacht. Ne, das stimmt schon, also diesen Einfluss, diese Einflussnahme, ähm, das stimmt schon. Ja, es ist, also, viele denken ja immer noch, haben diese romantische Edition, äh, Vorstellung ist eine romantische Edition, also, wenn irgendeine Band, ähm, was veröffentlicht, das ist ein gutes Album, das feiert man, dass das dann irgendwie automatisch auch dann irgendwo stattfindet. Ne, es war halt schon immer so, dass die Plattenfirmen Anzeigen gekauft haben, wie so sagt es Airplay oder Spots oder Werbeflächen bei MTV und Co und haben dann ganz einfach sauviel Kohle in Promo noch dann reingesteckt, ne, und dann je mehr Geld du hattest, natürlich hattest du größere Chancen, dass deine Band irgendwie wahrgenommen wurde. Richtig. Ähm, ja, heutzutage ist das sicherlich ein bisschen anders durch, ja, durch Spotify, durch Facebook, durch Google. Ich sag mal so, klar, du kannst halt immer noch, wenn du die Mechanismen des Online-Marketings verstanden hast, kannst du das genauso ausnutzen. Die Medien machen immer noch Stars. Das hat sich nicht verändert. Nur wie die Medien funktionieren, hat sich ein bisschen verändert. Äh, aber kommen wir zurück zu Enttumd. Die sind natürlich noch in einem ganz klassischen Zeitraum, also groß geworden. Ähm, das, ich meine, jetzt kam da noch Uprising und Same Difference als Album und ich muss sagen, Uprising hab ich heute erst wieder gehört. auch ein großartiges, verfickt großartiges Album. 2000 ist es rausgekommen. Äh, gerade der erste Track, Seeing Red, der, da denkst du echt direkt so, boah, geil, ich hab Bock. Weißt du, so muss, du musst ein Album aufmachen mit einem Song, der einfach hart geil ist. Und das ist, Seeing Red ist so, der beste Song des Albums und der steht direkt an erster Stelle. Perfekt. Kann ich jedem empfehlen, sehr, sehr gutes Album. Was ich allerdings noch besser finde vom Album her, das ist Morning Stars, genau ein Jahr später rauskam. Und das ist, glaube ich, auch mein Lieblingsalbum von Intune. Ähm, Morning Star, auch hier kam Music for Nations raus, 3. September 2001, das heißt, es wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Kann man sich gar nicht vorstellen, 2001, Album, die 2001 rauskamen, werden 20 Jahre alt. Gefühlt sich irgendwie noch so um die Ecke an, ich weiß auch nicht genau. Äh, auf jeden Fall, da sind so großartige Sachen drauf, wie Chief Rebel Angel, Eye for an Eye. Mhm. Äh, Out of Heaven, großartig. Cry of Ghosts, About to Die. Ey, vor allen Dingen Eye for an Eye. So ein geiles Video. So ein geiles Video. Kann ich nur jedem empfehlen, das Video, weil, ähm, überhaupt Intune haben nur großartige Musikvideos. Oh ja. Da, wo sozusagen die Entunmitglieder so als spießige Nachbarn, die halt so Rasen mähen, die Hecke schneiden und dann fahren halt immer so ein paar Jungs da irgendwie durch das Video mit ihrem Fahrrad und mit einer Karte, die sie in die Speichen geklemmt haben, damit das so rattert. Und im Hintergrund läuft ja dieser Song so, äh, mit dem Thema, keine Ahnung, aus Auge um Auge, Zahn um Zahn. Äh, ich weiß nicht, es ist, es ist, es ist ein ganz einfacher Mittel, aber es macht einen irgendwie, es passt einfach, es macht so viel Spaß, es macht einem einfach mega viel Spaß. Genauso wie das Video übrigens zu Addiction King, das ist auf The Same Difference von 98 drauf und Addiction King ist wirklich mit Abstand das beste Video von den Tumt, aber das, das müsst ihr einfach gucken, das müsst ihr gucken, das, LG macht einen großartigen Job in dem Video. Also auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam und halt diese Komponente von, ja, wie soll man es sagen, so unterhaltsamen Musikvideos, also nicht alles ernst zu nehmen und zu sagen, so, boah, wir sind jetzt die härtesten, die bösesten oder sonst was, sondern halt diesen humoristischen Ansatz reinzubringen und das Lustige ist dann auch wieder auf der anderen Seite, dass Bands wie Deserted Fear, dass man denen das genau krumm nimmt, dass die so lustig sind und Death Metal machen, ja, ist im Prinzip nichts Neues, hatten eben Tumt oder andere Szenegrößen auch schon vorher gemacht. Ja, schon, allerdings muss ich sagen, sie versuchen halt, dass dieses ernste Kapitel oder dieses etwas ernstere Kapitel aus der Frühzeit vor den Tumt zu nehmen, also gerade die ersten zwei Alben und die Demozeit und darauf das lustig zu setzen, das passt dann halt auch irgendwie nicht ganz zusammen. Das ist etwas, wie soll ich sagen, es muss ein stimmiges Bild ergeben. Du kannst ruhig als Musiker, finde ich, auch als Extremmetaller oder als, wie soll ich mal sagen, als harte Metalband kann es auch ruhig witzig sein. Aber es muss ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Wenn du halt, keine Ahnung, was, haufenweise, weißt du, diese sehr obskur gezeichneten, diesen Fanscene-Style hast aus den 80ern von dem alten Death Metal Magazin, dann erwarte ich halt auch ein gewisses Gepose, dann erwarte ich eine gewisse Erhabenheit, die so ein Sänger ausstrahlt. Wenn dann aber der Bruch kommt, wenn dieses Versprechen nicht eingelöst wird, dieses, das haben sie bei Metal Gelöte in der einen Folge über Album-Cover ganz schön gesagt, wenn so dieses, die Ästhetik und sozusagen das Versprechen, was die Ästhetik aufbaut, wo man sich denkt, das sieht cool aus, das ist bestimmt das und das, die Musik wird bestimmt so und so sein und ich freue mich total drauf. Und wenn du dann enttäuscht wirst, weil du denkst so, boah ja, das ist aber schon so ein bisschen was anderes, hab ich mir aber sowas anderes vorgestellt. Dann ist das halt auch, dann ist man automatisch negativer dem Ganzen gegenüber eingestellt. Weil wenn du mal guckst zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, The Same Difference, das sieht halt eher aus, wie ein Clawfinger-Album. Ja. So dieser Hund da drauf, der Schriftzug, weißt du, wie so aus einer Hardcore-Band, auch dieses Sepia-Filter, das könnte auch keine Ahnung was, das könnte halt echt so eine Band aus Clawfinger oder Madball oder sonst irgendwas sein in der Richtung. Da hat man sich halt auch bewusst dazu entschieden, die Ästhetik zu verändern und sich sozusagen das Image zu verändern. Und dann ist das auch absolut in Ordnung, wenn man Spaß haben will. Ne, das kann ich so stehen lassen. Das machen ja viele so Redesigns oder, wie soll ich das sagen, so ein Gesamtkonzept, die dann sagen so, hey, wir machen das jetzt mal hier, wie soll ich sagen, wir machen jetzt mal hier sowas Lustiges oder was anderes, sowas Ernstes, passen das alles darauf an, damit die Leute halt sehen, da gibt es halt irgendeine Veränderung. Manche sehen dann so, Cover geändert, okay, sehen das Musikvideo, sagen dann, kacke, die sind lustig. Und dann diesen Gesamtkontext zu sehen, so, das Musikvideo ist lustig, das haben die vorher nicht gemacht. Die Musik hat sich auch vielleicht ein bisschen verändert und dann vielleicht das Album-Artwork, hm, mag das vielleicht daran liegen, dass doch dann eventuell, ja, das gewollt ist. Genau. Ja, ich muss aber sagen, es hat sich dann auch wieder so ein bisschen geschifftet, finde ich. Also, das war halt auch so ein bisschen die Zeit, wo sie halt so ein bisschen sich auch von diesen typischen Metal-Stereotypen gelöst haben. Also, in der Zeit, wo Metal halt auch nicht so cool war. Sagen wir es mal, wie es ist. Also, Morningstar, Uprising, same difference, to ride to shoot straight and speak the truth. Das weißt du so, 97 bis 2001. Lass noch hier, keine Ahnung was, Sachen von 95 mit dazu nehmen. Night of the Vampire oder so und Split. Das ist halt wirklich so die Zeit, es war halt eher so Alternative, Punk, Crossover und so weiter waren halt in. Und du merkst, das hat auch so, du merkst es ja auch in Tomb an, dass sie sich in der Zeit halt auch ein bisschen so eine andere Baustelle gesucht haben. Grundlegend haben sie sich aber trotzdem nicht komplett von ihren Wurzeln entfernt. Das ist jetzt schwer zu erklären. Es klang trotzdem nach ein Tomb. Und das ist auch sicherlich ein Großteil der LG Petrov geschuldet gewesen. Weil die Stimme von ihm, ob man jetzt Left-Hand-Path hört oder ob man sich Uprising anhört, man hört halt immer noch raus, dass es LG Petrov ist. Dieses typisch besoffene Krölen, dieses wütende und dieses, ich muss gerade überlegen, wie ich das ein bisschen sage, dieses Einnehmende, dieses ich bin, ich hab dicke Eier. Weißt du? Das passt halt. Es passt zum Death-Battle, es passt zu Rock'n'Roll. Er ist einfach dieser dicke Eier-Fontmann, der einfach überall reinpasst. Den kannst du wirklich halt, wie gesagt, bei einer Punk-Rock-Band vorne hinstellen, den kannst du bei einer Death-Metal-Band vorne hinstellen. Und das ist halt das, was auch, wo es vielleicht auch bei vielen nicht geklappt hat mit einem Stilbruch. Wo es bei Enttun sehr gut geklappt hat, weil dieser, weil er einfach auch durch seine Persönlichkeit so viel ausgemacht hat, der LG. Die Morghoff zum Beispiel haben auch versucht irgendwie, also gut, da war der Bruch noch härter mit diesem dritten Album, wo es halt in Richtung Alternative ging. Danach haben sie sich auch aufgelöst. Dann gab es diese, zum Beispiel auch von Aesthetic Frost, wo du es eben hattest, gab es ja dieses Cold Lake-Album, was er so versucht hat, so ein bisschen glamrockig zu sein. Auch ganz, ganz furchtbar. Es ist schwierig, sich zu verändern, aber sich trotzdem treu zu bleiben. Das ist fast unmöglich, aber manche Bands schaffen es. Das stimmt, ey. Das stimmt in der Tat. Und diese Gratwanderung, ey, das ist genau das Ding, weil das kann echt zum, ja, Eigentor, ziemlich schnell zum Eigentor werden. Da gibt es einige Sachen mit Metallica, St. Anger, Metallica, Lulu, um nur die größte Metal-Band nur als Beispiel zu nehmen. Aber nein. Ja, definitiv. Definitiv. Und ich habe, wie gesagt, ich hatte das, ich muss sagen, ich habe jetzt die, ja, sagen wir mal so, die Phase zu 2003, 2007 habe ich jetzt auch gar nicht mehr so im Ohr. Da sind auch nicht so die Sachen rausgekommen, wo ich sage, das ist jetzt das, was ich von Enttung am meisten am härtesten feier. Inferno ist jetzt auch unter Fans jetzt kein schlechtes Album. Ist auch lustigerweise im gleichen Jahr oder es ist, nee, ein Jahr vorher, ein Jahr später kam Inferno von Motorhead raus. Da ist jetzt auch kein Song drauf, der, wo ich sagen würde, das ist jetzt etwas, woran ich mich erinnere. Ich meine, die Songtitel sind immer großartig, sowas wie That's When I Became a Satanist oder so. Das ist schon großartig. Also, lyrisch waren sie auch schon immer ziemlich weit vorne. Aber das Artwork damals hat schon wieder so ein bisschen mehr, es ist deutlich größer im Schwarzanteil. Es ist auch dieser klassische Enttumschriftzug und, ja, also Farbgebung, die ganze Ästhetik deutet halt auch einfach wieder so ein bisschen so, ja, eine kleine Rückbesinnung an. Danach kam ja dann noch dieses Serpent Saints raus. Was ein bisschen schade ist, ich kann mich noch erinnern, dass Serpent Saints, The Ten Amendments, ich kann mich noch erinnern, das war auch so mit, also das war, glaube ich, der erste Enttumd-Release, da rauskam, als ich mich aktiv für Metal interessiert hatte. Da hatte ich auch, das war die Zeit, wo ich, glaube ich, das erste Jahr, wo ich es Rockert aktiv jeden Monat gekauft und verschlungen habe. Da hatte ich mich gerade gesagt, oh, Enttumd, ja, von denen habe ich schon mal gehört. Oh, cool, die haben ein neues Album. Geil. Ähm, kam allerdings nicht so gut weg. Man muss auch sagen, wenn man geguckt, das hat, gibt da einige Reviews auch bei Metal Archives. Insgesamt hat es nur 57 von 100 und ich meine, das war auch insgesamt nicht so, dass, ach, das war, ja, das kam nicht so super weg bei allen. Für viele war es halt so ein bisschen so blutleer und wo sollen das überhaupt hingehen? Klar, ich meine, es wirkte schon wieder ein bisschen ernsthaft, aber es war natürlich immer noch dieser Def-and-Roll-Sound. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, es geht hier vor allem um die ästhetische Ausrichtung bei denen. Also, die ästhetische Ausrichtung ging schon wieder mehr so zurück zu dem, auch von der Farbgebung, von den Bildern, vom Artwork, vom Schriftzug, wieder eher zurück auf die Alten enttumd. Aber es blieb halt trotzdem vom Sound her noch eine andere Band. Es war auf jeden Fall nicht mehr der Left-Hand-Path. Das war ja auch mehr so mal irgendwelche Missverständnisse auszuräumen. Und wie gesagt, das kam halt nicht so gut an. Und, ja, neue Fans waren auch nicht so begeistert. Es lief sich alles so ein bisschen tot. Und das ist tatsächlich auch unter dem offiziellen Banner Enttumd das letzte Album gewesen bis heute. Weil dann, was passierte genau? Da kam erst mal jahrelang nichts Neues. Man hat ja hier und da mal einen Split aufgenommen, hier auch mit Candlemas. Oder man hat, ja, mal irgendwelche, was für einen Sampler gemacht. Oder man ein Live-Album rausgemacht, eine Compilation-Box oder irgendetwas. Aber es gab die ganze Zeit kein neues Album. Und ich habe mir auch gedacht, so, ja, wollen die nicht irgendwann mal was Neues rausbringen? Ich meine, ich habe es 2011 zum ersten Mal live gesehen. Da war schon das letzte Album vier Jahre alt gewesen. Und man hatte irgendwie, es gab irgendwie keine Anstalten, da was komplett Neues zu machen, komplett neues Album rauszunehmen. Und ich habe das Gefühl, auch LG Petrov hatte da irgendwie so ein bisschen keinen Bock mehr drauf und gesagt, so, ich möchte jetzt echt mal ein neues Album machen. Und, ja, hat sich dann auch mit einigen Leuten dann zusammengesetzt und ohne halt Alex Hillit, das ist ja der Gitarrist, Gründungsmitglied, gesagt, ich mache jetzt hier mein Album. Ja. Ja, allerdings ist Alex Hillit, hat er die Namensrechte. Oh. Ja, und dann, ja, viel Spaß. Da gab es natürlich auch wieder die Geschichte, die man kennt von anderen Bands. Äh, wir, äh, wir streiten uns um den Bandnamen, obwohl ich glaube, bei Entomb war es nicht ganz so krass wie jetzt bei Gokorov oder bei, was ist denn noch ein gutes Beispiel für einen richtig harten Namen? Venom Inc. Ach, Venom Inc, ganz genau. Ähm. Auch ein schönes Beispiel. Rhapsody. Ja. Gibt's ja nicht auch gefühlt 200 Rhapsodies. Chromax und Chromax JM gibt's auch noch. Ja, stimmt, ganz genau. Auf jeden Fall ist es ganz interessant. Ich finde es auch ganz schade, weil Alex Hillit ist ein sehr, sehr guter Gitarrist. Der war auch neben LG immer mein Lieblingsmitglied bei Entombt. Der, 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 seine Riff, sein Riffing und LGs Stimme sind für mich auch entombt. Deswegen war es halt auch echt schade, dass sie sich da, sagen wir mal, ganz wie es ist, getrennt haben, dass sich die Band zerbrochen ist in zwei Teile. Und, äh, ja. Aber ich fand's auf der anderen Seite aber auch ganz gut, weil unter Entombt AD erschienen ja dann ab 2014 auch nochmal drei Alben insgesamt. Ja. Aber das hab ich da nicht gecheckt im Nachhinein, wo ich mir denke so, hey, jetzt gibt's Entombt und Entombt AD. Beide Bands machen Mucke. Also, ganz ehrlich, Leute, kann man das nicht irgendwie hinter vorgehaltener Hand klären? Untereinander? Oder haben sie sich so an die Google... Ja, ich sag mal so, hätten wir jetzt ein bisschen mehr Zeit gehabt. Wie gesagt, der Podcast ist heute relativ spontan entstanden. Also, seht mir auch nach oder seht uns nach, wenn ihr mir irgendwas erzählen, was nicht 100% richtig ist. Mag auch sein, dass ich vielleicht irgendwas falsch in Erinnerung hab, was die Alben angeht. Das ist ein ziemlicher Freestyle heute. Aber wir wollten halt unbedingt was machen und es ist, ja, ich finde, es ist immer auch einfach so ein bisschen dieser Death-Metal-Legende schuldig, dass man das mal nochmal thematisiert. Ja, und ich mein, die drei Alben 2014, 16 und 19, die da rauskommen sind, Back to the Front, das war ein richtiges Ausrufezeichen damals, ich erinnere mich noch. Weil man dann sich natürlich gedacht hat, was kommt denn jetzt, was macht denn LG, wenn Alex Hellett nicht mit dabei ist? Und ja, dann hat man gemerkt, es ging wieder in Richtung richtigen Oldschool-Death-Metal. Ja. Dead Dawn und dann auch das letzte Album von 2019, Bowls of Earth, haben das ja auch einfach mal sehr hart unterstrichen. Es ging wirklich, ich mein, es ging zwar in die Enttompt-Richtung, wieder zurück in die Enttompt-Richtung, also in die Anfang der 90er oder in die Nealist-Richtung, aber ich würde nicht sagen, es ist 1 zu 1 enttompt gewesen, Enttompt-AD. Was auch gar nicht geht, weil, wie gesagt, ich finde, Alex Hellett hat so einen prägnanten Gitarrenstil, es ist schwer, das wirklich zu kopieren oder so. Ja, ich kann mir auch halt auch nicht vorstellen, dass Nico Elstrand, das ist ja, glaube ich, der Gitarrist von Enttompt-AD, dass der das auch irgendwie wollte. Also es ist schon halt, es ist, klar, es ist Enttompt-AD, es ist ganz viel Enttompt mit drin, allein schon wegen LGs Stimme, die halt auch zum Glück dadurch nochmal ein kleines Denkmal gesetzt bekommen hat, eine kleine Trilogie, mit der er sich da wirklich ein Denkmal gesetzt hat, aber, ja, ich sag mal so, Enttompt-AD haben es dann nicht mehr geschafft, so den Erfolg, den so Enttompt mal hatten, also den so, glaube ich, den ganz großen Erfolg, den sie mal in den 90er hatten, dann nochmal dran anzuknüpfen, aber es war cool, ich glaube, es war auch echt schön für viele, da nochmal LG mit neuem Zeug zu sehen. Gerade in den letzten Jahren, ich hab den ja, wie gesagt, Enttompt-AD habe ich auch, Partisan hat das gesehen, auf dem Nordopen-Air, und es war eigentlich immer ein ziemliches Vergnügen. Ne, das stimmt, das hat richtig gefetzt, und, ja, es ist auch immer so die Sache, ne, weil gerade so Metal-Bands, gerade siehst du ja jetzt aktuell, ne, wenn du sagst, so Enttompt, machst du das Internet auf, dann Left Hand Path wird dann überall gepostet, so, nicht das letzte Album, nicht das Album davor, oder irgendein Enttompt-Album, sondern der Klassiker, ne, also sprich, die ganzen Metal-Bands, mit denen man sich irgendwie identifiziert, oder auch deren Mucke, das sind dann meistens so, der ist der Back-Katalog, und nicht in der Regel so das, das Neueste leider, schade, schade, aber, naja. Genau, du hattest doch auch mit dem, äh, ich glaube, du hattest doch auch mit dem Alex, oder war das einer von deinen Kollegen, die bei Moshpit Passion mal das Interview geführt hatten, zu dem, was ich hatte, was haben Sie ja gerade gesagt, äh, Clenestine Live, das war ja dieses, ähm, es war übrigens nicht Enttompt-ADD, es war Enttompt, also es war Alex Hellitz, äh, Enttompt-Version, die das mit Orchester neu aufgenommen hat. Äh, oh, da fragst du mich, das ist schon ein bisschen was her, äh, doch, also wir haben mal ein Interview tatsächlich gemacht, also mit Enttompt, das ist schon zweieinhalb Jahre, äh, her, oder so, und, ähm, genau, mit Alex habe ich da drüber gesprochen, das ist aber schon, äh, 2019 kam das raus, ja, genau, 2019 mit, äh, Alex von, oder Alix von Enttompt über Clenestine, genau. Mhm. Super, so schönes Live-Album war das, also hat auf jeden Fall, äh, geballert, und das war, ja, das war so ein relativ kurzes Interview, muss man so zu sagen, das war, war okay. Also, wie gesagt, mit Mail-Interviews, und, ähm, ja. Und, ich glaube, tatsächlich hat mich, äh, ein anderer, also eine andere Band, die Will heißen die aus Schweden, die sind auch absolute Enttompt-Fans, und, äh, ähm, haben gesagt, so, ja, ey, wenn ich irgendwie mal sowas da bekommen sollte, fragt den bloß, macht den Interview, und, ähm, ja, ist natürlich jetzt nicht der gute LG Petrov, ne, ist jetzt halt der, äh, Alex von der Band, äh, ähm, ja. Kann's auch sein, dass, ich guck, ich hab jetzt mal grad durch die Transkription, die du beim Beispiel Passion hochgeladen hast, ich bin jetzt grad noch mal durchgegangen, dass der, der Name LG Petrov fällt auch nicht einmal. Nee, nee. Er fällt nicht einmal, er redet über andere Leute, er redet über Nika Andersson, über Uffe, aber, also, der, ich glaub, ich weiß auch nicht, ob der Alex Hellett selbst irgendwas gesagt hat heute, mhm, aber ich glaub, der, also, der Stachel saß teilweise tief, glaub ich, also, der, da waren schon ganz schöne Graben entstanden zwischen den beiden. Ich wollt's auch nicht irgendwie ansprechen oder so forcieren, das mach ich nie so bei Bands, äh, da so nachfragen, das hat meistens dann keinen Sinn, aber das ist mir auch aufgefallen so, weil, wie gesagt, das ist halt Clandestine, ist halt ein Klassiker, und halt LG wird ja nicht einmal erwähnt, dachte ich mir so, okay, ich hab damit immer so meine Probleme, wenn Bands solche Special Reunions oder sowas machen und dann fehlt halt so der Sänger, so, das ist das, das prägnantste überhaupt so, dass der Sänger irgendwie fehlt, so, das ist, dann find ich das immer sehr, sehr komisch. Ich sag mal so, es gibt, es gibt, äh, es gibt Fälle, da kannst du sagen, jo, äh, der Sänger ist austauschbar, beziehungsweise der Sänger, ähm, den kann man ersetzen, weil er einen Stil fährt, den auch andere gut können. Mit Powermitteln hat man das häufiger mal, ganz ehrlich, oder auch so jemand wie irgendwie Malmstein oder so, der nimmt ja auch gefühlt alle zwei Tage neuen Sänger. Genau so. Ja, es ist, aber jetzt mal grad, wie ich es schon gesagt hab, so ein LG Petrov, der hat halt eine Stimme, die hatte sonst gefühlt gar keiner. Also das ist halt schon echt was Besonderes. Es ist schade, es ist schade, dass sie sich so auseinandergelebt haben, ähm, ich guck mal jetzt, ich bin jetzt auch grad auf dem offiziellen, äh, ich bin nochmal auf das offizielle Profil gegangen von Enttumt, beziehungsweise Enttumt Clandestine. Ja. Was, glaub ich, auch von denen wahrscheinlich, und ich seh noch, noch seh ich nichts, aber das Letzte, was gepostet wurde, ist auch schon fast ein Jahr alt. Ja, also die sind, ich weiß es nicht, die sind ja eh so Death-Metal-Bands, außer paar Ausnahmen, nie so internetaffin, und, ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob was kommt, überhaupt was kommt. Und, ja, ist halt, die Sache ist auch, ne, egal, was die Band jetzt macht, oder der Alex, ein Shitstorm ist vorprogrammiert, sagt er nichts, regen sich die Leute auf, postet er was, regen sich die Leute auf, so, ne. Ja, und wenn er jetzt was, wenn er jetzt sagen würde, trotz aller Differenzen, die wir hatten am Ende, wünsche ich ihm trotzdem, hat er es nicht verdient, so zu gehen, oder so, wenn er sowas schreiben würde, wäre jetzt nicht so, dass er, glaube ich, jetzt irgendwann mal was sagen würde. Äh, es ist einfach schade. Es ist einfach schade, ich hatte, ich, ich meine, ich habe jetzt keine offiziellen Quellen dazu gefunden, was jetzt, äh, dann Einzelnen gesagt wurde. Ich hatte auch das Gefühl, das ging relativ still über die Bühne. Mhm. Zumindest, das ist mein Eindruck, kann auch sein, dass es ganz anders war. Aber, äh, ich kann mir einfach vorstellen, der Haupt-Zerwürfnisgrund ist einfach, weil bis heute, seit 2000, was hab ich gesagt, 2006, hat, der, hat Alex Hellett mit seiner Version von Enttug eigentlich nichts Neues mehr rausgebracht, und, äh, seit 2014 hat der LG Petrov mit Enttug, der die drei Alben rausgebracht. Ich finde, das spricht schon eine deutliche Sprache, was der Grund war. Ja, und Glenstein ist ja auch nur ein Aufguss von Live-Album im Prinzip, so nach der Motto, uns fällt nichts ein, wir machen jetzt hier ein Best of Life. Mit, äh, mit Orchester. Ja, mit Orchester, ey, okay, Metallica, wow, 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 Triptikon, abklatsch, entspannt euch, denke ich mir da. Ja, ich, ich möchte, ich möchte ihm da gar nicht zu nahe treten. Ähm, das kann auch absolut, ich meine, auch Boatthrower hatten ab 2006 nichts Neues mehr rausgebracht, weil sie gesagt haben, wir haben einfach nichts im Petto, wo wir sagen, das ist, das hat diesen Qualitätsstandard, wo ich, äh, wo ich sagen will, das ist das, was ich machen will. Kann ja auch sein, dass, ich meine, das letzte Album, was Enttug dann unter dem normalen Enttugband herausgebracht haben, kam auch nicht gut weg bei den Leuten. Ja. Das hatte keine besonders guten Kritiken bekommen, das war nicht, generell nicht das beliebteste Album. Kann auch einfach sagen, gibt auch Künstler, die dann sagen, ja, dann mach ich halt nichts mehr. Mhm. Nee, klar. Auch die Rezeption von der Prequel-Trilogie war der ausschlaggebende Punkt, warum, äh, warum Josh Lucas gesagt hat, ja, dann, dann fickt euch doch, macht euren Scheiß alleine, ich verkaufe den Wumms. Ja, ja, obwohl, der hat ja, der hat ja, ähm, also Star Wars 1 bis 3 gemacht, und dann haben sie den ja benervt, ja, eigentlich ist doch Star Wars ein 9-Teiler, und dann hat er ja die ersten 3 gemacht, wo ich auch das Gefühl hatte, das war irgendwie mehr gezwungen als alles andere, und dann, ja, dann weiß ich auch nicht, was mit, also jetzt gerade bei dem Thema, so bleiben, was da mit dem passiert ist, dass er alles abgegeben hat, aber hätte ich gerade auch gemacht für die Kohle, oder er hatte ja schon vorher Kohle, aber obwohl, das ist die Sache, ne, wenn ich dann so viel Kohle schon eingenommen habe, und ich bin auf nichts mehr angewiesen, muss ich mein Baby, was ich geschaffen habe, was so ein Hype habe, aus der Hand geben, und dann kriegt's irgendein Multi-Milliarden-Konzern und fährt das Ding so dermaßen gegen die Wand, ich glaub, das hat nicht mal Axl Rose mit diesem Axl Rose Chinese Democracy geschafft, und das war schon unterste Schublade. Er sollte mal ganz und los an Disney verkaufen. Genau, ey. Welcome to the Jungle! Yeah! Axl Rose als Jar Jar Binks, ey. Kann ich mir das vorstellen. Ichse fahren on the Night Train. Ichse fahren ja on the Night Train. Genau. Großartig, großartig. Ja, bei so einem schweren Thema ist es doch schön, wenn man am Ende ein bisschen lachen kann. Machen wir nochmal ein Fazit, würde ich sagen. Fazit. Was glaubst du, was bleibt von LG Petrov? Wird man sich noch in zehn Jahren an ihn erinnern? Wird er so einen Ikonen-Status haben wie, jetzt haben wir mal, Ronny James Dio oder Lemmy? Also zumindest auch für die Death-Metal-Fans. Ich will das nicht sagen für alle Musik-Fans, sondern für die Death-Metal-Fans. Ich würde sagen, so wie Pete Steele würde ich das schon so einordnen. So eine Ikone doch schon gerade durch seine Art, durch die Alben, durch die wegweisenden Alben, muss man ja schon dazu sagen, die er da geschaffen hat. Auf jeden Fall, das wird nicht einfach so, ja, das wird einfach nicht so irgendwie, das kannst du nicht wegwischen. Und jede Oldschool-Band, die einen auf Oldschool macht, bezieht sich ja irgendwo darauf. Und die Einflüsse, die sind klar hörbar. Und ohne, das wird es das nicht geben. Und ich glaube nicht, also nein. Also eher, die Musik lebt weiter. Die Alben werden Kult. Ich bin gerade noch dabei am Hadern, ob ich mir die Left-Pass jetzt hole von E-Rack Records oder nicht tatsächlich. Wie kostet sie denn? 20, also die farbige 20, die andere 17, die schwarze. Ah, okay. Bezahlbar aus England. Und ja, also das wird auch gekauft werden weiterhin. Und gerade durch den, wenn, wie gesagt, jemand stirbt oder danach das Ableben, dann wird das ja alles verramscht in Vinylboxen oder so. Ist natürlich super, so wie die Anna the Gilleton, wie Vereinsteiger. Aber es wird es immer geben. Das ist das Gute, gerade bei so einer netten Person wie LG. Ja, also es ist, ja, du hast absolut recht. Allein die Tatsache, dass in den 2010ern das Deathmere Revival gezeigt hat, wie relevant enttomt, gerade die frühen enttomt, und jedes Zins zeigt ja, was für ein massives Vermächtnis er hat. Und ich glaube, das wird gerade für den Oldschool-Death-Metal auch noch, auch wenn es wieder ein bisschen in den Untergrund zurückgeht, das wird auch noch in den nächsten Jahrzehnten top relevant sein. Also das wird Left-End Path genauso wie Death. Persönlich glaube ich, also ich war eben natürlich sehr provokant mit Lemmy und Ronny, James Dio. Nee, das wird natürlich nicht in die Richtung gehen. Ich kann es mir halt auch eher vorstellen, dass er so ein Stück weit halt eher so, viele ihn dann auch so auf eine Stufe stellen werden, so mit der Erinnerungskultur, mit jetzt zum Beispiel Chuck Schuldinger. Sicherlich vielleicht eher so in der Richtung zu sehen, wobei natürlich Chuck Schuldinger auch noch mal noch früher gestorben ist und halt auch noch mal noch früher mit Death Metal angefangen hat und auch sicherlich auch noch mal Genre definierender war. Aber das, was ich noch mal auch noch sagen will, ist einfach, was er halt einfach mit an den Tisch gebracht hat, ist einfach diese unglaubliche Fan-Nähe. Dieses Gefühl, was ich auch schon gesagt habe am Anfang, er ist einer von uns. Sozusagen jeder, es gibt nicht so diesen Unterschied zwischen dem Musiker auf der Bühne und den Fans vor der Bühne. Also es ist so dieses Gefühl von die Band und die Menge bilden eine Einheit. Und das finde ich, das strahlt kaum einer im Death Metal so aus wie er. Oder hat es ausgestrahlt. Ja, das stimmt. Ja, Goodie, ich würde auch sagen, wir haben fast hier anderthalb Stunden voll. Ja, recht, recht aktuelles Thema. Ihr habt es rausgehört, also für Adrian ist es eine wirkliche, eine wirkliche Herzensangelegenheit, gerade durch die Nähe, als Fan, auch als Supporter von der Kampagne zu LG mit seinem Shirt und allem drumherum. Und ja, ein sehr, sehr trauriger Start in die Woche. Wenn ihr das Ding hört, ist schon die Hälfte wieder rum. Und ja, würde uns sehr interessieren, wie eigentlich eure Verbindung zu LG, zu Enttombed oder Enttombed AD ist. Habt ihr vielleicht eine Geschichte, wo ihr sagt, so, boah, das sind auch hier gute Erinnerungen. Oder wie verbringt ihr gerade aktuell die Zeit? Welche Platte von Enttombed oder Enttombed AD rotiert aktuell bei euch im Player, im Streaming oder sonst wo? Genau. Lasst es uns wissen. Und wenn ihr dann noch Bock habt, ein bisschen was über Metal zu erfahren und nicht nur Metal zu hören, dann geht doch mal auf Mosh with Passion. Dort gibt es, wie gesagt, das hatten wir am Anfang schon gesagt, mit der, weißt du, Vinylstube heißt es? Vinylstube. Genau, mit der Vinylstube. Ein sehr tolles Format, was euch neidisch macht oder euch Empfehlungen gibt, was ihr euch ins Plattenregal stellen könnt. Oder gegebenenfalls auch Arm plus eventuell Ärger mit eurer Freundin oder Frau. Je nachdem, wie intensiv ihr das Hobby auslebt. Ganz genau, ganz genau. Aber natürlich muss ich an dieser Stelle natürlich noch mal den guten, hier den Adrian erwähnen und zwar mit seinem Kalenderblatt. Schaut da mal beim Dark Siffler häufiger auf seinem Channel vorbei, nämlich da ist Adrian aufertreten mit seiner eigenen Rubrik. Genau, da kommt in, ja, übernächsten Sonntag, wenn es rauskommt, also am 20. gibt es dann ja auch eine neue Folge vom Amas Metal und da wird es, ja, am 20. ist es diesmal, ja, es ist immer der vorletzte Samstag, es ist diesmal der 20. Da geht es dann auch um den 20. März und ich kann euch jetzt schon sagen, da sind einige interessante Sachen rausgekommen an dem Tag. Ja, ich bin auch mal gespannt, über was wir uns nächste Woche unterhalten werden, weil am Freitag kommt nämlich das neue Album von Rob Zombie raus. Da bin ich richtig gespannt und halt euch da auf dem Laufenden. Ja, vielleicht machen wir was über Rob Zombie. Das ist für mich Rob Zombie persönlich auch das, womit ich angefangen habe. Also mit einer der ersten Bands, mit denen ich angefangen habe mit Metal. Interessant. kannst du mal sehen hier. Dann halten wir uns erstmal für nächste Woche hier warm. Schmeißt schon was schon weg hier. Meine Gitarre im Plektrum ist gerade hier runtergefallen von meiner Gitarre. Genau, sehr gut. Dann noch ganz kurz für euch, wenn ihr nicht genug von Tod, Tod gehört, sag ich schon, wenn ihr nicht genug von Total Moshpot bekommen könnt, dann folgt uns doch einfach auf Insta, Facebook und ganz ehrlich, die Folgen findet ihr fast überall. iTunes, Google Play, Spotify und YouTube. Genau, und bei YouTube könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Das sieht immer besser aus, wenn man da mehrere Abos hat, als irgendwie zweistellig. Oder dreistellig. Genau, also in dem Sinne, macht's gut, macht's vielleicht sogar besser. wir sehen uns, oder besser gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, ciao Kakao. Tschüss. Ciao, ciao.